Aber kennst du es auch, dass wenn man weiß, dass Aufnahme läuft, so fand ich es früher auch immer bei den Interviews, bei den Video-Interviews, dass es direkt ein anderes Gefühl ist? Das ist wie mit Twitch selber. So weißt du, wenn du die Kamera anmachst, du versuchst natürlich so ein bisschen weitläufiger zu wirken. So weißt du, was ich meine, die Masse ein bisschen anzusprechen. Man versucht sich auch schon ein bisschen zu verhalten, wie jetzt gerade auch. Man versucht sich so ein bisschen anzupassen. Man spielt jetzt keine Rolle oder so, weil ich bin ja immer noch ich. Aber man versucht sich so ein bisschen auch zu benehmen. Weißt du, was ich meine? Ja, ja, voll. Aber ich finde es immer krass, weil auch so, wenn ich früher so Interviews oder so vorbereitet hatte, auch so Video-Dinger, war immer alles geil. Aber wenn ich dann, sobald ich dieses rote Licht habe, blinken sehen an der Kamera, war irgendwie Ding. Nee, habe ich aber eigentlich gar nicht. Ich habe mich auch irgendwie nie so vor der Kamera gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin normalerweise gar nicht so der Kameratyp, also vor der Kamera stehen. Hinter der Kamera ja, aber nicht vor der Kamera. Okay. Das ist immer ganz, ganz komisch. Aber wie kam das dann, dass du denkst, Alter? Ich glaube, hatten wir es jemals darüber, wie du dazu kamst zu streamen, Alter? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube schon, dass wir uns das schon mal gesagt haben. Aber das war damals so, ich habe ja mit dem Zocken mal angefangen. Das war Anfang Januar, glaube ich. Anfang Januar 2019. Muss man da dazu sagen, was für ein Jahr. Da habe ich mit dem Zocken angefangen, aber nur so, weißt du, um zu sehen, wie die Technik so funktioniert. Und dann bin ich irgendwie in diese Just-Chatting-Kategorie gekommen, da in Twitch. Und dann habe ich da diesen Typ mit Rasterlocken gesehen. Paradiesvogel heißt der. Ich weiß nicht, ob man das sagen kann. Ja, auf jeden Fall. Auch einfach ein ganz korrekter Dude. Also auch so Punker-mäßig so ein bisschen, so Rambazamba machen, so weißt du. Der nimmt kein Blatt vor den Mund. Das ist ein cooler Typ. In seinem Wohnzimmer hat er so eine Theke gebaut aus Paletten. Und da dachte ich mir, das ist ja geil. Ich habe immer gedacht, so Twitch ist PC und Zocken und hast du nicht gesehen. Das war so quasi mein erster Kontakt mit so Real-Life-Streams, was man so macht. Dann habe ich gesagt, weißt du was, scheiß auf die Zockerei. 13 Follower gemacht in drei Monaten. Was hast du da gezockt? Was habe ich da gezockt? Ich habe so Flight-Simulator und sowas gezockt. Also Flight-Simulator oder Wildlands, Ghost Week in Wildlands, sowas halt. Und ja, dann fing das eigentlich an. Da habe ich mir gedacht, weißt du was, ich muss die Küche streichen. Stream doch einfach mal wieder die Küche streich. Und da haben mir tatsächlich neun Leute zugeschaut. Also in meinem allerersten Stream. Ich war quasi schon direkt Affiliate, kannst du fast sagen. Weißt du, hätte ich die Stunden jetzt zusammen gemacht. Ich so, krass. Chat war da. Und ich so, macht der Bock? Und so fing alles an. Und dann habe ich gesagt, das machst du weiter so. Aber dann hast du immer, also noch Zuhause-Style gemacht? Weil ich glaube, mein erster Kontakt, war zu dir, du wirst mir vorgeschlagen und du bist durch die City gerannt. Komplett, komplett mit Montur, Digga. Ich habe gedacht. Wie Robocop. Ey, original. Ich dachte so, ey, wenn die den jetzt nicht gleich anhalten, dann weiß ich auch nicht weiter. Aber wie kam das, was du gesagt hast, du läufst draußen rum? Also dann hat man sich natürlich ein bisschen mit Just Chatting so vertraut gemacht. Und Travel and Outdoor. Dann kam man so ein bisschen in die Kategorien bei Twitch rein. Und dann hat man natürlich noch die anderen Streamer gesehen, die auch in Vietnam oder Bangkok rumlaufen. Auch so deutsche Streamer halt. Oder halt, dann gibt es hier noch so einen, der macht das schon jahrelang. Aber er hat auch natürlich so die ganz große Reichweite. Weil dieses Outdoor-Stream ist in Deutschland noch nicht so schwierig, sage ich mal. Alle haben Schiss davor. DSGVO. Alle unwissend. Und dann habe ich mir gedacht, das machst du aber auch. Da hast du auch Bock drauf. Einfach mal rausgehen zum Stream. Voll, ja. Dann habe ich damals noch mit meiner O2-Karte das versucht. Ja, ging teilweise gut. Aber ja, schwierig eigentlich eher mit O2 gewesen. Also jetzt keine negative Werbung hier. Ich hoffe, das darf man sagen. Du darfst alles sagen. Ich weiß es nicht. Du darfst alles sagen. Auf jeden Fall. Hast du erwähnt, dass du nackt gerade sitzt vor dem Mikrofon eigentlich? Ich reiche mir gerade tatsächlich. Ist das okay? Ist super. Dufte. Bin ich wunderbar. Ja, aber auf jeden Fall habe ich mit O2 gestreamt damals noch. Dann bin ich ja noch mit dem Fahrrad rumgefahren. Das waren so meine ersten Versuche mit der GoPro. Weil die GoPro hatte ich schon zu Hause gehabt. Die GoPro habe ich schon da gehabt. Ich so, die kann auch streamen auf Twitch. Ich so, geil. Also das waren keine extra Kosten. Dann habe ich das damit halt versucht. Und ja, so hat dann alles seinen Lauf genommen. Ey, aber jetzt nochmal, mit der GoPro kannst du direkt auf Twitch ballern? Genau, mit der GoPro kannst du quasi direkt auf Twitch ballern. Das Problem ist aber, wenn du mit der GoPro direkt auf Twitch ballerst, dann hast du keine Alerts. Also keine Anzeige, kein gar nichts. Das heißt, da gehört noch eine ganze Menge Hintergrundwissen dazu, dass du das über einen Server laufen lässt, wo dann OBS draufläuft, damit du dann auch die Alerts bekommst. Also zum Beispiel die Follower oder Spenden, sage ich jetzt mal. Das ist so viel Hintergrundkacke, die man da haben muss, damit es so läuft, wie es bei mir so läuft. Ohne Verbindungsabbrüche und sowas. Die man ja hat, wenn man nur mit einer Karte streamt. Das wäre dann praktisch so, wie wenn du mit der Twitch-App direkt live gehst. Ganz genau, ganz genau. Da hast du ja, glaube ich, auch keine Alerts. Also wenn du direkt mit der Twitch-App live gehst, hast du ja auch keine Alerts. Wenn du dann Streamlabs benutzt, die App von Streamlabs oder Stream Elements, dann kannst du dir diese Alerts damit einrichten. Aber das ist ja halt fürs Handy. Und diese GoPro ist ja ein komplett eigenes Gerät. Das heißt, die kann halt nur direkt auf den Twitch-Server streamen. Oder halt nach Hause auf dem Server, beziehungsweise nach Frankfurt oder sonst wohin. Und von da aus dann in OBS. Das ist also schön, das ist kompliziert. Ja, kompliziert. Und mittlerweile stream ich ja wirklich schon fast 5-6 Stunden täglich. Ich habe jetzt diesen ganzen Monat hier durchgehasselt, dank Corona. Also, das ist schon wirklich krank. Aber es kam auch sehr viel darum. Also wirklich, viele Follower. Das macht dir auch Bock. Das macht dir auch Spaß. Voll. Aber wo du gerade jetzt die Streams ansprichst, hast du da ein neues Equipment bei dir eigentlich zu Hause? Ja. Ja, du redest bestimmt von dieser schönen Polenstange, die hier im Hintergrund gerade so funkelt. Ach ja, krass. Aber es ist ja lachend. Ja, krass. Stimmt. Ja, krass. Ja, ja. Also, du hast eine Polenstange. Ja, die Polenstange. Wie kam der Wahnsinn dazu? Ich meine, ich weiß es ja, aber vielleicht. Du weißt es ja. Ja, also, ne, wir können ja sagen, dass wir abends mal geschnackt haben, ne, auf dem Schnäpschen, ne? So, im Stream, ne? Also, du hast, glaube ich, gestreamt. Und da kam irgendwie auf die Idee, mal, ja, pack da mal die Polenstange auf die Wishlist. So, einfach aus Lüchsen. Ja, und dann am nächsten Tag habe ich den Stream angeschmissen. Und dann sagte da eine gewisse Person im Chat, ich habe dir gerade die Polenstange bestellt. Und es kam bis jetzt vielleicht dreimal vor, dass mir irgendjemand was aus der Wishlist bestellt hat, ne? Also, das war hier so ein Ladegerät, war das, oder was war das noch? Irgendwas für die GoPro, so ein Stativ hat mir jemand daraus bestellt. Aber die Go-Go-Stange, die war natürlich wirklich top, ne? Also, vor allen Dingen direkt am nächsten Tag, ne, wo wir das, wo wir darüber lustig gemacht haben, direkt am nächsten Tag war diese Polenstange auf einmal, wurde die bestellt. Und ich habe auch, ich habe erst gedacht, das wäre ein Scherz. Dann sagte er, ja, guck doch, guck doch. Ich stand auf die Wishlist drauf geklickt und die stand ja ganz oben. Und die war dann auf einmal nicht mehr drauf. Und drei Tage später kam der Postbote hier. Und ich habe mir nur so Bilder angeguckt von dieser Polenstange, von der Verpackung auf Amazon. Und da war tatsächlich so ein Mädel drauf an so einer Stange in grün-weiß, die da am Dessen war. Und der Postbote, der kennt mich ja, ne? Ich dachte mir nur, Alter, ey, hoffentlich sieht der nicht dieses Mädel da drauf. Aber das haben sie tatsächlich mit so einem Blanko-Aufkleber überklebt, dieses Mädchen an der Stange da, weißt du. Aber man konnte es, glaube ich, schon ein bisschen durchschimmern, ne? Also, wenn jemand... Ja, aber da guckt man ja nicht so direkt drauf. Als Lieferant vom Paketdienst guckst du, glaube ich, nicht so, was ist da drunter. Ich glaube, da hast du... Aber das konnte man schon ein bisschen sehen, ja. Da hast du, glaube ich, andere Sorgen am Start auf jeden Fall, ey. Ich muss es ja abholen, weil ich war ja an dem Tag nicht da. Ich muss es abholen quasi an der Post. Und da liefert mich schon ein bisschen eiskalt den Rücken runter. War die Freude aber groß oder hast du gedacht, shit, hätten wir die doch lieber nicht auf die Wischliste gepackt? Oder denkst du jetzt, okay, es war Schicksal, alles Lustigkeit? Es war lustig und ich habe mir nur gedacht, Alter, ey, was machst du jetzt damit? Aber ich habe mir dann so gemacht, du kannst ja machen, dass du für einen Sub da so eine Drehung dran machst, ne? Einfach so Jux und Dollerei. Ich bin jetzt auch kein krasser Tänzer so oder sowas, ne? Ich stehe meistens im Club irgendwo in der Ecke mit dem Kopfnicken, so, weißt du? Und trinke da mal einen Jackie Cola, weißt du? Und bin jetzt nicht so einer, der da... Weißt du, so... Ey, Hui ist auch der Gedan mittlerweile, ne? Hui, das Hui ist bei mir schon als Emoot eingebrannt. Gibt es bei mir schon als Emoot auf dem Kanal. Hast du? Echt? Ja, ja, heute freigeschaltet worden. Heute gibt es Hui bei mir. Nice, muss man abchecken. Und, äh, ja, ey, da kamen so viele Fünfer rein. Ich habe dann gesagt, so, pass auf, für Fünfer mache ich zwei Minuten Tanz, so, ne? Also, so, was man so Tanz nennen kann. Paarungstanz, oder? Paarungstanz, genau. Aber ist anstrengend, ne? Wenn ich dich da als Heschel sehe. Alter, alter. Also, ich habe immer gedacht, boah, die Mädels, was ist das da, ne? Ey, was machen die da? Aber ohne Scheiß, ey, die haben meinen vollsten Respekt. Ich würde die niemals diskriminieren. Was machen die da in der Stange tanzen? Was ist das denn da? Vor allem bis jetzt machst du ja so Drehungen und die machen dir da so richtige Figuren dran, ne? Kopf über, dies, das. Was ist das? Flagge, hast du nicht gesehen. Ich bin froh, wenn ich mich da festhalten kann und fünf Runden schaffe, weißt du, ohne einen Kreislauf-Kollop zu kriegen. Aber das ist halt lustig daran, weißt du. Dann gucken die so, das sieht ja dann immer so unprofessionell aus, aber es kommt auf jeden Fall sehr geil an und kam auch schon einiges von rein, ne? Also, ich habe dann gesagt, für fünf Euro mache ich dann hier so eine Drehung oder tanze dann hier zwei Minuten, irgendwas, ne? Aber nochmal kurz backzukommen. Du meintest vorhin, genau, du bist dann so zu IRL gekommen. Genau. Aber du machst ja auch echt einige, sagt man, Mod-Jobs oder bist auch bei einigen Moderator so. Wie kam das zu den Sachen? Genau. Also, klar, wie kommt es zum Moderator-Job? Du schaust dir einen an, man ist öfters drin, derjenige hat Vertrauen und bekommt einen Moderator-Job. Aber wann kamen da bei dir die ersten Moderator-Job? Wie gesagt, sagt man Job, ich weiß nicht, wie wir es nennen sollen. Moderatoren-Tätigkeiten? Also, die ersten größeren Mod-Tätigkeiten waren quasi auch bei so IRL-Steamern. Die haben dann auch so 50, 60 Zuschauer gehabt oder so und hat ja auch Bock gemacht. Wenn du dann die Sachen gefeiert hast und auch ständig da warst, dann ist das auch ganz, ganz normal, dass man da vielleicht Mod wird, wenn man da eh immer ist, ne? In diesem Kanal. Aber irgendwann wurde ich dann auch mal Mod bei größeren YouTubern, sage ich jetzt mal, die wirklich bis zu 300k an Follower haben. Ey, du kannst ruhig Namen droppen, ne? Du hältst dich voll zurück mit Namen die ganze Zeit, merke ich. Du kannst ruhig alles droppen. Ja, ich bin also auch Mod beim Atlas & Pictures gewesen oder immer noch. Also, auf YouTube. Den Kanal gibt es ja leider nicht mehr. Also, auf YouTube bin ich noch Mod beim Atlas & Pictures. Wurden gesperrt oder was? Na, bei mir. Genau. Okay. Also, das war der Content, der war einfach zu nicht mehr zeitgemäß, sage ich mal so, für YouTube, ne? Wo die die ganzen Richtlinien verschärft haben und sowas. Ja, wurde der eh auch intensiver bei YouTube, ne? Das ist echt, äh... Bei YouTube, krass, also, ja. Schwierig mittlerweile. Aber der Chat ist da auch kompletter Schmutz, ne? Darf man auch nicht vergessen. Also, der Chat da auf YouTube, der macht auch keinen Spaß zu moderieren, muss ich ganz ehrlich sagen. Nee, ich meine... Also, das ist eine ganz andere Welt. Twitch und YouTube sind zwei Welten. Nee, ich meine auch allgemein Content bei YouTube, wie die mittlerweile, wie strikt und rigoros die große YouTube-Kanäle bannen oder löschen. Einfach weg, einfach mal eine Existenz gelöscht, ne? Genau, oh, genau. Also, das ist... Und da sind ja nicht nur die, es sind ja noch einige andere, ne? Die auf einmal zwar noch ihren Kanal haben, aber komplett entmonetarisiert worden sind. Gibt's ja auch sehr viele. Bedeutet, man verdient einfach damit kein Geld mehr. Man verdient kein Geld mehr, genau. Und die haben dann auch über 500.000 gehabt und sowas, ne? Und das ist natürlich sehr krass, ne? Also, du hast auf einmal von heute auf morgen nichts mehr, hast dann vielleicht auch deinen Twitch-Kanal und musst dann hoffen, dass du da alles richtig machst, ne? Weil Twitch ist ja auch nicht gerade einfach, ne? Also, mit TOS, also Regeln, ne? Twitch, die haben zwar nicht viele Regeln, Twitch, aber, ne? Man sollte sich zum Beispiel nicht jetzt da besaufen und dann da in der Ecke liegen und singen oder sowas. Das ist natürlich auch nicht so gern gesehen. Weil man darf ja nicht vergessen, dass Twitch immer noch viele junge Leute am Publikum hat, ne? Also, zwischen den normalen Erwachsenen, sag ich mal, zwischen uns, gibt's da halt immer noch viele Kinder, ne? Ja, voll. Das ist nicht so schön zu sehen. Deshalb versuch ich auch immer so ein bisschen, dass so... Ich weiß, dass mein Stream ab 18 ist, aber ich versuch immer so auch... Ich sag zwar mal irgendwie fiese Wörter oder so, aber ich versuch auch immer da so ein bisschen drauf zu achten, dass das... Dass man sich da so ein bisschen benimmt, sag ich mal so. Aber vielleicht liegt das auch am Alter. Das kann natürlich auch sein. Aber es ist auch krass, wie du gerade gesagt hast. Es sind wirklich einfach Existenzen, wenn man es einfach jetzt mal rein wirtschaftlich sieht, die komplett ausgelöscht werden für kurze Zeit. Klar, man checkt dann irgendwie Plan B, Plan C. Aber wenn du Jahrzehnte in deinen YouTube-Kanal reinsteckst, damit Geld verdienst, und ich glaube, viele junge Leute sehen ja gar nicht die Strukturen im Hintergrund, was man damit verdient, dies, das, boom, bam, ramba, zamba. Aber es ist einfach von jetzt auf gleich gelöscht, so. Es ist wirklich Wahnsinn, so. Das war aber alles vorauszusehen, sag ich mal so, weil man hat darüber gesprochen. YouTube hat natürlich auch E-Mails geschickt und auch den Leuten die Chance gegeben, zum Beispiel Leute unkenntlich zu machen, also auszublörren und sowas. Die haben ja diese Funktion auch gegeben, sag ich jetzt mal. Okay. Das war der erste Step damals. Okay. So, das fing dann irgendwann an, dass man halt family-friendly wollte, also family-friendly, das heißt also, dass man halt nicht mehr zu stark hier, sag ich mal, Alkohol missbraucht, Drogen missbraucht. Aber was heißt missbraucht? Aber es gibt ja einige auch, die erzählen da ihre Erfahrungen über Drogen, die sind zum Beispiel auch entmonetarisiert worden. Und das ist eigentlich ein ganz geiler Kanal gewesen, auch für Leute, die vielleicht mal wissen wollten, was passiert da. Der Mensch ist ja halt so, dass man das wissen möchte, was passiert, wenn und hier und das. Das ist natürlich alles entmonetarisiert worden. Das ist schon... Das ist krass. Das ist richtig krass. Naja, und du musst ja mittlerweile... Es ist ja auch anders als früher, dass du... Du brauchst ja sehr lang. Also heutzutage einen neuen YouTube-Kanal zu eröffnen, dauert ja ewig, bis du da überhaupt mal diese Funktion hast, Monetarisierung, ne? Das ist richtig. Aber ich sag mal so, es ist ja bei Twitch genauso. Entweder hast du Glück und dein Kanal läuft. Wenn ich sehe, dass auf Twitch... Also ich kenne mich jetzt nur an Twitch aus, ne? Also ich bin jetzt kein YouTuber oder sowas. Ich habe halt noch viele Kontakte, die ich kenne halt, ne? Auch jetzt abseits von Adlassen und sowas, ne? Die auch schon ihre 300k jetzt gerade erreichen, international. Also nichts im deutschen Markt machen oder sowas, ne? Und da kennt man natürlich auch, was die verdienen, ne? Und man weiß es einfach, wann man darüber spricht, so. Aber ich habe jetzt mit YouTube so nichts an der Mütze, ne? Also ich bin ja quasi nur so Twitch. Und da kannst du natürlich auch Pech haben, ne? Du kannst zwei Jahre streamen, hast drei Zuschauer, bist froh, wenn du mal einen vierten hast. Und bei mir war das immer irgendwie anders, ne? Also bei mir war immer irgendwie Hölle auf Erden, sage ich mal, im Chat, ne? Also immer Rambazamba da los, ne? Aber kenne ich ja auch. Das ist aber, wie wir auch vorhin... Also bei mir sind ja auch öfters mal wenig. Aber irgendwie, ich weiß nicht, was es... Was den Spaß daran einfach macht, so weißt du, ich meine? Vielleicht auch einfach, weil man sagt, okay, man braucht... Also man macht es einfach, weil es Bock macht. Man macht es, solange es Bock macht, so irgendwie, weißt du? Richtig. Ja, ich meine, Twitch macht ja auch Bock. Ja, genau, genau, ja. Ich sage mal, der eine schmeißt den Stream an, hat einfach nur Spaß. Dem juckt es auch nicht, ob da jetzt fünf, sechs, sieben, acht oder zwanzig drin sind. Ja, ja. Für den einen sind auch zwanzig schon zu viel. Hast du es selber auch mal mitgekriegt, ne? Wo du mal, wo du ja selber auf Reisen warst, hast du ja auch gedacht, alter, ey. Der eine will das, der andere will das, ne? Das ist schon Kopflikerei, sage ich mal. Aber wenn man draußen ist, ne? Wenn man draußen ist, ist es super krass. Du bist irgendwo im Restaurant, bestellst was, hast aber dann noch einen Chat mit aktiven Leuten. Geh doch da hin, mach doch mal da hin. Wow. Nur Input. Original, wenn man zu Hause am Rechner sitzt, ist das alles eine ganz andere Sache, so. Bei mir ist es auch immer, es sind Leute drin, ey, überliest du mich gerade? Ich habe mein Chat nur auf dem Handy, ne? Also auf meinem Handy am Handgelenk. Habe dann hier acht Zeichen, also acht Zeilen, meine ich, kann ich dann lesen. Ja, ja. Und wenn ich dann mit dem Fahrrad fahre, dann kann ich ja nicht die ganze Zeit das Handy vor dem Gesicht halten und, ne? Und ich muss ja auf die Straße gucken. Und dann, wenn ihr dann liest, ja, du überliest mich und das sind auch immer die gleichen, ne? Und, oh, sick. Ja, ja, ja. Die raffen das nicht. Wenn du zu Hause sitzt, hast du alles im Blick. Du hast dein Chat auf der linken Seite. Du kannst dabei noch zocken. Du siehst, wenn da irgendjemand was schreibt, kannst du mal eben drüber schielen, so, ne? Sitzt dann auch schön bequem, ne? Aber ich muss draußen versuchen, zu gucken, was kann man machen jetzt? So, wo gehst du jetzt hin? Was ist für die Leute interessant? Dann auch den Chat dabei beobachten. Dann auch die Sachen beantworten. Dann auch die ganzen Sachen immer verarbeiten. Was hat der da vorgeschrieben vor zehn Minuten, weil der jetzt gerade irgendwas antwortet darauf, ne? Das ist so eine Kopfwickerei. Das kann sich keiner vorstellen, so. Ja, das ist echt so. Aber da sind wir auch eigentlich jetzt schon so ein bisschen. Natürlich, es macht Bock. Es macht Spaß. Aber es gibt auch so, sagen wir mal, negative Seiten von der ganzen Sache, wie bei allem auch so. Es gibt sehr viele. Ja, es gibt sehr viele negative. Ich denke auch, gerade mit diesen Mod, mit den Mod-Tätigkeiten, da banst du mal einen weg oder sonst was. Also, da läuft wahrscheinlich auch viel hinter den Dingern in DMs und so, was man wahrscheinlich als Zuschauer oder so gar nicht mitbekommt, so, ne? Was man sich da an Beleidigungen wahrscheinlich geben muss. Also, ich finde auch, ja, es gibt leider auch einen großen negativen Beigeschmack, wie bei allem auch so, ne? Man muss auf jeden Fall, also, wenn du anfängst mit Streamen, sage ich jetzt immer so, man muss beide Seiten kennen aus dem Internet. Einmal die Seite vielleicht auch der Trolle, ne? Was sind Trolle? Also, es sind halt diese Clowns, die einen ärgern dich halt nur, beleidigen dich. Dann gibt es die, die vielleicht auch nochmal ein bisschen direkter werden, sage ich jetzt mal so. Die versuchen nicht irgendwie, ja, wie soll ich sagen? Die versuchen dann irgendwie den Stream zu manipulieren oder das ist die Welt so breit gefächert. Und ich sage immer so, wenn du anfängst mit Streamen, musst du erstmal Humor besitzen. Ja. Aber wenn du diesen Humor nicht hast, weil du liest ja immer nur diese Texte, ne? Also viele, ich habe das auch schon sehr oft beobachtet, viele, die streamen, so die, die sehen nur den Text und nicht die Person dahinter. Ich versuche das immer erstmal so, wenn jetzt irgendjemand was schreibt, ey, du Kackklappen. Wenn jemand reinkommt, schreibt, ey, du Kackklappen. Was ist das denn für einer, ne? Den banne ich lieber raus, ne? Also, und dann denken die sich, ah, der hat mich rausgewandt. Dann machen die sich 20 neue Accounts und gehen den die ganze Zeit auf den Sack. Ne? Also, das ist ja noch die harmlose Seite, so. Aber, ich sage mal so, es gibt, man muss Humor besitzen. Wenn du keinen Humor hast und nicht lachen kannst über diese Sachen. Also, ich finde, manche Trollereien finde ich so geil. Ich muss dann, wenn die mich zum Lachen gebracht haben, finde ich das geil. Und die lassen mich auch in Ruhe. Weil sie sagen, ja, du bist da voll korrekt. Und dann folgen die Reihen, die liest du immer wieder im Chat. Aber dann sind sie auch vernünftig, ne? Aber viele, wenn du dann anfängst mit Bannen und keine Ahnung was, dann machst du das Ganze wie Benzin über Feuer gießen. Weil, die haben immer die Hosen an. Glaub mir, also, die Zuschauer haben immer die Hosen an. Also, du, ne? Die versuchen nicht immer dann zu verarschen oder rauszubringen. Irgendwie zu triggern. Irgendwie zu triggern, genau. Ja. Und das ist natürlich dann so eine Sache, wo die bei mir nicht mit ankommen, weil ich da selber drüber lachen muss. Und du hast es ja auch mal gesagt. Ich glaube, wir hatten es auch mal darüber. Und ich finde es auch, ich achte bei mir auch voll drauf, was ich selbst für einen Tag habe. Wenn ich selbst abgefuckt bin und schlechte Laune habe, macht es keinen Sinn, den Stream anzuboxen, so, weißt du? Ich kenne zum Beispiel auch einen, der sagt auch, wow, heute nur fünf Zuschauer, ne? Und hier und das. Und ich sage das doch nicht im Stream. Dann macht er den Stream nicht an. Heute ist Ostern, ne? Dann ist doch klar, dass die Leute bei der Familie sind, ne? Und man macht auch einfach, man streamt, um Spaß zu haben. Wie ich jetzt auch schon gesagt habe. Ja, ja. Wenn du keinen Bock drauf hast, dann weiß ich nicht. Zum Beispiel, ich stream zum Beispiel Freitag sehr ungerne. Weil dann weiß ich, da ist das komplette Präsent auf Twitch, ne? Und, Digga, Freitag 20.15. Da gehst du dann auch mal schnell runter. Ja, klar, klar. Das ist Primetime halt, ne? Ja. Und wenn du dann so ein Mittelding bist von Twitch wie ich jetzt, ne? Ich bin jetzt keiner der Großen, ich bin aber auch keiner, der unten ist. Du hängst dann genau in der Mitte bei Twitch fest und da hast du Schwierigkeiten, dich dann da einzupendeln. Weil entweder hast du Glück, du bekommst ein Rate, dass du wieder höher gerankt bist. Das ist ja auch damit, das ist ja ein Zuschauer-Ranking, sage ich mal so. Umso mehr Zuschauer du hast, umso weiter oben bist du ja gelistet. Sag mal, wenn du genau in der Mitte hängst, ne? Wenn du dann keine Null-Zuschauer hast, also ganz unten bist, sondern 20, dass du genau in der Mitte hängst, da klickt keiner mehr drauf, weißt du? Weil die dann genau sehen, ach, dann guck mal mal der hier, der hat 28 Zuschauer, klick mal da mal drauf, ach, der ist cool, da bleib ich. Dann bist du mit deinen 20 Zuschauern schon wieder ganz weit unten, so, weißt du? Sag ich jetzt einfach mal zum Beispiel. Wenn du jetzt 50, 60 hast, gehörst du schon eigentlich zu den Top-Streamern im Just-Chatting, so, ne? Dann hast du zwar immer die ganz Großen, aber dann kommen dann die etwas Kleineren, die aber immer noch groß sind, weil wenn du 60 Zuschauer hast, bist du eigentlich schon eine große Nummer, sag ich mal, auf Twitch, zumindest im Just-Chatting, wenn du noch nie irgendwas mit YouTube und Instagram zu tun hast, ist das auf jeden Fall schon richtig krass. Genau, und wenn du es kontinuierlich hältst, ne? Also es gibt ja auch viele, die kriegen, hab ich jetzt gestern oder vorgestern gerade wieder gesehen, ich meine, da müssen wir jetzt keine Namen nennen, aber es gab Leute, die haben schon einen Schub bekommen durch große Streamer, hatten dann tausende Zuschauer, die dann aber jetzt irgendwie dann noch ihre 10 Zuschauer haben, ne? Und das ist auch das, was du mal ... Auch aus Partner gesehen und sowas, die da mit 20 Zuschauern rumhängen. Genau, genau. Also es ist auch im Endeffekt, klar, Support, Raiden, Hosten, ist alles wichtig und auch geil und man freut sich auch, aber man muss halt auch kontinuierlich ja selbst was bringen, so, ne? Also es muss ja ... Richtig, richtig. Wenn die jetzt von dem Großen kommen und sagen, okay, wir gucken da mal rein, aber du irgendwie ... Langweilig bist oder halt nicht das bringst, was die gerade gesehen haben oder so, ne? Genau, genau, genau. Meine ersten Raids kamen zum Beispiel damals, da war ich gerade eine Woche auf Twitch, da habe ich tatsächlich 1.200 Zuschauer-Raid bekommen. Okay. Und von denen haben vielleicht 20 Leute gefollowed und aber auch wieder 10 Leute entfollowed, weißt du, so im Nachhinein. Ja. Weil das war dann von diesem Bauer von hinten, ne? Ganz viele Grüße an den Herren. Also das war, der hat mir so oft eine Zuschauer geschickt, toller, toller, ja, Mann, das waren so meine ersten Raids überhaupt und direkt 1.000 Stück, ne? Da bist du natürlich überfordert, ich hatte gar keine Ahnung, ne? Ich war ja nur Gamer und dann habe ich angefangen mit draußen streamen und sowas, ne? Ey, ich dachte mir, was ist das denn? Auf einmal der Chat voll am explodieren. War schon geil, aber da bleiben nicht viele hängen, ne? Es sei denn, du machst gerade irgendwas Crazies, wo die sagen, boah, was ist das denn für ein Verrückter oder sonst was? Aber du kannst halt, du kannst halt mit diesem normalen Ding, kannst du halt nicht schnell groß werden, sag ich mal so, ne? Wenn du halt zu normal bist, ne? Entweder, entweder machst du halt, du streamst von der Arbeit, ich finde das mega geil, wenn die Leute von der Arbeit streamen können, ey, das wäre ein Traum, Alter, von der Arbeit streamen, Alter, wie geil. Krass, Mann, krass. Es gibt ja so viele Leute, die von der Arbeit streamen können und da musst du natürlich punkten, ne? Entweder bist du durchgeknallt, ne? Oder halt, äh, oder bist du Erzähler, sag ich mal so. Genau, oder super sympathisch. Ich meine, wir müssen ihn jetzt auch, also ich, wie gesagt, hab ich schon oft gesagt, ich klotze mir deine Streams sehr gerne an und ich klotze mir auch voll gerne einfach von Pat die Streams an, weil er einfach ein sympathischer Dude ist. Du hast, man hat einen komischen Tag, man geht bei Pat in die Streams und hat einfach gute Laune, so, weißt du, ich meine? Kannst direkt lachen. So, original. Das ist auch einer, der, den ich mir auch sehr gerne reinziehe, auch von der Person. Also, der ist halt so, wie er ist, ne? Genauso wie ich, ne? Und das macht den ja auch sympathisch, sag ich mal so, ne? Also, der hat auch keine Probleme mit Trolle, ne? Weil der kann das auch, der kann auch trollen. Und dann, ne? Das gibt's da gar nicht, ne? Weil wir halt das verstehen, so. Das Internet muss man verstehen, sagt man ja immer so schön. Wenn man das Internet verstanden hat, dann ist alles gut. Und wichtig ist auch immer drauf achten, ob ein Bart vorhanden ist für 10 Bart. Aber das ist eine andere Sache. Das kippt war geil. Genau, und das ist natürlich auch geil, wenn du Content hast, das du jetzt angenommen im anderen Land oder so bist. Ist natürlich zur aktuellen Phase ein bisschen schwierig, so, ne? Oder E-IRL-Streams sind schwierig, aber das ist ja auch geil, wenn du draußen irgendwo unterwegs bist und am besten noch in einem anderen Land. So, alle sitzen im kalten Deutschland. Wobei du auch mal gesagt hast, du willst eher auch Richtung Deutschland ein bisschen. Ja, ich möchte schon in Deutschland bleiben. Also, ich sag mal, Vietnam-Streams und Bangkok-Streams gibt's ja auch schon sehr viele. Aber ich hätte da, glaube ich, auch keinen, ich weiß nicht, ich bin da so ein bisschen heimatgebunden, so, weißt du. Also, es gibt ja auch schöne Sachen hier. Mosel, sag ich mal, oder ich war ja auch in Berlin. Ich war ja auch bei euch in Berlin da, wo ihr uns ja kennengelernt, ne? Persönlich. War das das erste Mal? Ja, tatsächlich war das erste Mal, ne? Das war meine allererste Reise, die ich mir auch durch Twitch finanziert habe. Krass, ernsthaft? Das war quasi mit Hotel und sowas, genau, ja. Mit Hotel, drei Tage Berlin, die Reise hin, die Reise zurück. Und das war, das war, da hab ich gedacht, okay, das macht schon Bock, ne? Also, ich hab mir noch nie vorher ein Hotel gebucht. Ich war noch nie wirklich alleine mal weg. Ich war noch nie irgendwie im Ausland, also alleine. Ich war immer mit meinem Bruder, war ich da mal in Italien und so. Aber dann haben die alles gemacht, Flüge gebucht, Hotel, dies, das, ne? Aber ich glaube, alleine war ich auch noch nicht weg. Da war bei mir auch jetzt die Thailand-Reise das erste Mal. Sag mal so, für mich ist eigentlich so Urlaub eigentlich nie so eine große Sache gewesen. Weißt du, für mich ist Urlaub auf der Terrasse hängen und dann acht Stunden nichts tun, einfach nur in der Sonne liegen, weißt du? Also, ich bin ja eher so ein ganz anderer Typ. Aber mir hat natürlich auch die Italien-Reise gefallen oder die Berlin-Reise, ne? Aber jetzt aktiviere ich mich ja. Aber jetzt mit Stream ist das ja nochmal eine andere Sache. Du bist unterwegs, aber hast auch einen nicen Stream, so, ne? Man ist unterwegs, man hat, also, ich sag mal so, ich bin jetzt nicht der Übergroße auf Twitch. Ich bin immer noch eine kleine Nummer, ne? Aber ich mach das Ganze jetzt seit einem Jahr und dafür, dass ich es seit einem Jahr mache, weiß ich auch, was ich alleine an Zuschauer generieren kann. Ohne Hosts, ohne Raids, also ohne diese geschickten Zuschauer von anderen. Ich weiß also, dass diese Outdoor-Steams zwar lange dauern, bis man da irgendwo hinkommt, ne? Wo man hinkommen möchte, aber du hast halt immer diese krassen Zuschauer, egal was du gerade machst. Du setzt dich irgendwo draußen hin am Café, muss man natürlich aufpassen, wegen, ne? Wegen Leute-Filmen, man muss auch vorher immer alles fragen in Deutschland. Das ist das Problem halt in Deutschland, ne? In Vietnam kannst du einfach irgendwo reingehen oder Bangkok, das juckt da keinen, ne? Dann gehst du in den Laden rein, filmst die Frau da mitten ins Gesicht und so ein Kack. Das ist alles gar kein Problem. In Deutschland ist das natürlich ein bisschen schwieriger. Aber wenn man wirklich nett fragt, ne? Und man auch sympathisch rüberkommt, sage ich jetzt einfach mal so. Dann sagen, ja klar, es ist ja Werbung, setzen Sie sich ruhig, ne? Aber nicht die Leute hier filmen. Dann ist das ja alles in Ordnung. Dann setzt man sich irgendwo hin, trinkt einen Kaffee und dann denken die sich, geil, Alter, der sitzt da und trinkt Kaffee irgendwo, weißt du, mitten in der Stadt. Und, äh, da hast du dann, äh, dann habe ich da auch meistens 60, 70 Zuschauer drin. Ne, Berlin war ja genauso krass, ne? Ich bin einfach nur Planung durch Berlin rumgelaufen. Für mich war das ja alles komplett da. Neuer Einplan, diese gigantische Stadt da. Richtung Zentrum, oder was? Richtung Zentrum, kennen Sie genau. Also, um das mal zu erklären, der Batscher, ja, wo bist du denn gerade? Ja, Richtung Zentrum, weißt du, aber Berlin ist komplett ein Betonklotz. Das ist überall, egal wo du gerade bist, Charlottenburg, hier, Kreuzberg, das ist alles nur ein Klotz. Da hat er dich kaputt gelacht. Hallo, es ist nicht nur ein Klotz, um das mal kurz, jeder Stadtteil hat wirklich sein Zentrum und er dann so, ey, ich bin hier, hier ist Einkaufsstraßen, ich bin im Zentrum. Ich so, ey, er, ich müsste jetzt halt noch wissen, in welchem Stadtteil du bist, dann kann ich dir da, ja, Berlin, Berlin. So, das ist, ja, aber... Das war schon geil. War ja lustig, auf jeden Fall. So kam das Wort Zentrum dann zum Dings. Ja, ich hoffe immer noch. Aber das ist ja echt geil. Ich hoffe immer noch auf Merch, Zentrum-Merch. Berlin. Das war schon geil. Er hat auf jeden Fall Bock gemacht und macht auch Bock auf mehr, weil ich will auf jeden Fall mehr sehen. Und Berlin drei Tage, ne, hast ja, also du weißt selber, dass man da x Tage braucht. Und ich habe wirklich nicht viel mitgenommen da aus Berlin, so weißt du, klar, du hast die Touri-Fahrt da gemacht in Ruhe, ne, aber so hast du ja immer noch nicht alles gesehen. Ne, also das war schon krass. Also ich komme auf jeden Fall wieder. Aber es gibt ja noch andere geile Sachen. Hamburg, ne. Voll. Hoffen wir halt, dass die aktuelle Phase jetzt nicht so lang geht, dann kann man auch wieder... Ja, da muss man ja sagen, dass wir gerade die Corona-Krise haben und momentan sind die Hände gebunden, ne. Also du kannst jetzt nicht mal eben so rausgehen, gut rausgehen kannst du trotzdem, aber was willst du da machen? Alles dazu. Ne, du kannst dich dann irgendwo da hinsetzen, die ganzen Cafés, kannst du dir einen Kaffee holen, kannst dich aber nicht mehr draußen hinsetzen oder so. Ich glaube, du darfst dich auch offiziell ja nicht, also das hatte ich ja letztens, in Berlin ist das glaube ich so, du darfst Sport treiben, darfst kurz Ruhepause machen, aber musst dann auch wieder weiter oder heim, so. Also du darfst dich jetzt nicht mit der Picknickdecke hier irgendwo hinflacken, so, ne. Ja, bei uns ist das anders, also ich hatte eben quasi Kontakt mit dem Ordnungsamt gehabt, ich hab ja gerade eben auch noch gestreamt gehabt, das erste Mal wieder draußen, es war die Sonne am Schein. Dann bin ich dann mit dem Fahrrad hier rumgefahren, bei uns hier an der Nias entlang und sowas und dann hab ich ein Raid gesucht, also ich wollte quasi meine Zuschauer, den Pet, wollte ich sie schicken, wo wir gerade eben von gesprochen haben. Dann bin ich im Kreis gefahren, bis der Raid vorbei war, man hat so 90 Sekunden, die man warten muss, hab mich noch verabschiedet und dann bin ich an so einer Skate-Anlage, an so einer Skate-Anlage für BMX und Skateboard und sowas, da bin ich die ganze Zeit im Kreis gefahren und mittendrin war so ein Bauzaun, das stand drauf, also gesperrt. Aber ich bin ja immer die ganze Zeit im Kreis gefahren, so, weißt du. Davor war schon das Ordnungsamt, stand schon da mit dem Auto und ja, der Raid war gerade da, ich hab dann alles beendet, hab meine Kamera ausgemacht und da kamen die schon auf mich zu und sagten, hm, das wären jetzt 250 Euro. Ich so, oh. Ernsthaft? Ja, ja, 250 Euro. Aber dass sie direkt auf dich zukamen dann auch, ernsthaft? Krass. Ja, ja, die haben da alles abgesperrt, also du musst wissen, bei uns ist hier so eine Sportanlage, da kann man Volleyball spielen, da hast du so eine Wand, ach, so eine Wand, sag ich, so einen Sandplatz mit Volleyball, dann hast du da eine Fußballwiese, dann hast du da halt diese Skate-Anlage, so, ne, find ich eigentlich ganz cool, du kannst auch da zelten und sowas, ne, das find ich eigentlich ganz cool. Und die haben das da alles ein bisschen, Basketballplatz hast du auch, die haben das alles da so ein bisschen eingezäunt, beziehungsweise mittendrin da so halt so Dinger hingestellt, dass man da nicht mehr so spielt. Ne, also man hat da quasi so ein Abhängeverbot. Die haben sogar die Bänke da abgeschraubt, ne, dass man sich nicht mehr auf die Bänke da setzt. Aber da auf die Wiese liegen, sagt keiner was zu, solange da jetzt nicht mit 15 verschiedenen Gruppen da rumliegst, ne, also wenn die Familie da sitzt, ist das kein Problem für sich, ne, aber, ähm, hab ich aber auch Verständnis für gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich hab gesagt, okay, es war auch ein Fehler, jetzt da rumzufahren, weil dann sieht der andere das, dass ich da rumfahre, dann kommt der Nächste und fährt auch da mit dem Fahrrad rum. Sagt der, ja, ja, ich drück jetzt ein Auge zu, aber das wird halt nicht zu ernst genommen, ne. Normalerweise 250 Euro und jetzt hat er mich mündlich verwarnt, dann hat er gesagt, beim nächsten Mal sind das 500 Euro. Ernsthaft, wenn er dich jetzt heute Abend nochmal sehen würde, wenn 500 takt? Wenn ich jetzt da nochmal mit dem Fahrrad rumtacke, dann, ja, dann 500 Euro. Okay, Alan, du brauchst ein neues Donation-Goal. Für Risiko. Oder mehr Tanzen an der Polen in Stange. Auf jeden. Er ist krass, aber wie du sagst, auch verständlich, ne, viele checken es einfach nicht und viele... Ja, man sollte es schon ernst nehmen, ne, also die Wirtschaft leidet ja auch da drunter und ich denke mal nicht, dass das jetzt irgendwie extra gemacht wird. Man hört ja so viele Sachen, ne, also... Ja, ja, ja. Man schweift mal vom Thema ab. Voll. Hier habe ich auch gesehen gerade noch abschließend, dass sie auch Basketball-Körbe abgeschraubt haben, dass man nicht zockt, ne? Ja, das hätten die vielleicht eher machen können, als da so ein Teil mitten drin draufzustellen. Wäre wahrscheinlich sinnvoller gewesen. Aber Bänke abschrauben ist auch krass, so. Ey, richtig Action, so. Ich habe eben eine schöne Radtour gemacht von ein paar Kilometer, wollte mich dann da hinpflanzen, dann den Rage starten und dachte mir, schön, meine Bank ist auch abgeschraubt. Ach was. Ich hätte mich jetzt normalerweise draufsetzen können. Also die Lehnen standen noch da, oder was? Und die sitzen vielleicht immer weg? Genau. Nur das Holz war abgebaut. Deluxe. Deluxe. Ja, was will man machen? Ist halt die Zeit. Misten wir halt durch, ne? Gerade wegen aktueller Phase eine der letzten Sachen, die mich echt noch interessieren würde, weil ich es auch irgendwie so mit... Ich weiß nicht, wie... Ja, es ist einerseits nice, weil viel am Start ist, aber andererseits natürlich auch alles ein bisschen zäh. Was hältst du davon, dass jetzt jeder am Stream ist auf einmal? Also es ist ja jeder gerade haut einen Stream an. Ich finde so, einerseits finde ich es wirklich okay, weil man hat eine Auswahl, aber andererseits ist es auch schwierig so, ne? Man weiß a nicht, sind jetzt auch da viele mit Herzblut drin oder geht es jetzt wirklich darum, nur in der Corona-Zeit irgendwie Cash zu machen von zu Hause mit Stream? Das ist es nämlich. Also, ich sag mal so, ne? Also, ich bin jetzt, wie gesagt, ich bin so ein Mittelding auf Twitch, ne? Bin jetzt, wie gesagt, seit einem Jahr dabei. Und ich raide eigentlich immer kleinere, ne? Also raiden heißt ja die Zuschauer. Man schickt seine Zuschauer, man den Stream beendet einfach jemanden anderen. Oder hostet, kannst du auch sagen, ne? Um das mal zu erklären. Und ich raide eigentlich immer kleinere, ne? Also auch neue, ne? Oder halt die, die da mit fünf Zuschauern sitzen und sowas, ne? Weil ich weiß immer, wo ich hergekommen bin und gebe das einfach immer wieder zurück. Und von den Leuten kommt eigentlich immer das Doppelte zurück, ne? Entweder sind die dann auch immer im Stream dabei oder, ne? Die sind, ne? Also man kriegt echt immer sehr viel zurück von den Leuten. Und jetzt mittlerweile, wo die Corona-Krise ist, streamt natürlich jeder, weil jeder sitzt zu Hause. Ne? Man muss überlegen, die sitzen, die wissen einfach nichts mit sich anzufangen. Selbst, selbst Opa Helmut fängt an zu streamen, ne? Ja, ja. Und jetzt mittlerweile muss natürlich aufpassen, wen die Raid ist, weil, hab auch schon gesehen, da sind da welche, die haben 20 Follower und dann oben ganz dicken Donation-Goal, weißt du, von 2000 Euro. Ne? Sowas gehört sich natürlich nicht. Also, ne? Also, ich weiß nicht, die fangen dann das Stream an und denken da abzukachen. Aber so läuft das einfach nicht auf Twitch. Ne? Du musst dir da schon irgendwie was aufbauen. Ne? Auch präsent sein vor allen Dingen auch, ne? Du musst auch offline, musst dir da mal in die Streams reingehen, hallo sagen. Und ich rede jetzt nicht von, ja, ich stream gleich selber. Das ist ja auch das, ne? Das machen auch viele falsch, die dann einfach immer noch von ihren Streams erzählen und sowas. Ja, ey, das haben wir vorhin... Dieses Abgriefen und sowas, ne? Ey, sorry, wenn ich da kurz reingrätsch. Da hatten wir vorhin kurz über die negativen Seiten, aber genau das ist ja auch noch ein Ding, ne? Fremdwerbung, was viele auch nicht verstehen, so, ne? Dieses, äh, in anderen Streams das reinzuballern. Das, ey, ich stream jetzt auch gleich. Ich sag mal so, ich bin ja auch locker. Ja, genau. Ich bin ja eigentlich locker, was das angeht, ne? Also, mich juckt das nicht, wenn da jemand meint, äh, da reinzuschreiben, stream ja gleich auch, oder... Generell ist das ja alles immer Werbung. Wenn dich da jemand fragt, ey, welches Mikrofon hast du da, hast du da? Und du sagst dann, ja, ich hab das auch, ne? Ja, und, ja, damit stream ich auch, weil es ist ja eigentlich immer Werbung, weißt du? Also, auch indirekt, ey, ne? Ja, voll, voll. Und, äh, ich sag mal so, äh, das ist halt meistens immer bei den jüngeren Leuten so, ne? Die das so, äh, die so versuchen, ihre Community aufzubauen, so, find ich jetzt. Das ist meistens immer bei den, bei den ganz jungen Leuten so. Hab ich auch schon erlebt, äh, dann gehen die da in den Stream rein. Ja, ich stream gleich selber, dies, das und bla, ne? Und denk ich mir auch so, Gott, ich weiß nicht. Also, ich bin so einer, ne, wenn, wenn du jetzt bei mir reinkommst, ey, jo, Bacera, was geht, wie war dein Stream? Dann ist das was ganz anderes, weil wir kennen uns ja auch ein bisschen. Aber ich glaub, das hab ich auch noch, haben wir noch nie gemacht, weil es wird, es wird mir auch irgendwie ein bisschen dabbisch vorkommen, sag ich dir ehrlich. Ja, aber, aber ich weiß, was du meinst, ich weiß, was du meinst. Ich will ja dann auch Werbung machen für dich. Oder auch für, ne, für Kollegen, wo ich den Content auch weiß, okay, zu schätzen, wo ich den Content zu schätzen weiß. Wo ich weiß, okay, ich weiß, wo ich die hinschicke. Und die meisten Leute, die, wenn ich sag, ey, der ist korrekt drauf, den kenn ich auch persönlich, dann kommen sie ja auch. Aber wenn jetzt irgendjemand reinkommt, sag ich, ja, ich stream selber und so, da kommt, da wird keiner von den, von meinen Zuschauern dann da draufklicken, weil er Fortnite spielt, weißt du? Dann heißt das, wow, noch einer, der Fortnite spielt, weißt du? Ja, ja, voll. Das ist halt langweilig. Ich bin halt IRL-Streamer, weißt du, in real life. Ich meine, ich hab jetzt, über die Corona-Zeit, hab ich jetzt auch angefangen zu zocken. Und ich hab nie gedacht, dass ich Minecraft spielen werde. Ich hab das Spiel immer verpönt. Ich hab immer gedacht, wie kann man in so einem grafischen Schmutz spielen, ne? Jetzt, jetzt hab ich mir Minecraft geholt und ich hab da jetzt innerhalb von drei Wochen, glaub ich, schon über 80 Stunden drin verbracht. Aber auch mit Stream und du hast natürlich, entweder hast du die Arschkarte und du fängst an Gaming zu machen auf einmal und hast dann einen Drop von den Zuschauern auf fünf, von vielleicht 60 oder so, weißt du? Weil die keinen Bock darauf haben. Aber ich weiß nicht, warum ich das Glück habe und trotzdem noch alle mir dabei zugucken. Keine Ahnung. Also ich kann's mir nicht erklären, weil ich weiß, dass man auf einmal, wenn man Gaming macht, wenn man normalerweise eher E-E-E-C-T-E-Macht, also Just Chatting, dass man dann Gaming macht, dass viele dann abhauen, weil die ja keinen Bock drauf haben. Ja. Find ich selber so, ne? Also ich sag dann auch so, ja, dann hau ich jetzt ab, weil das Spiel ist jetzt gerade nicht so mein Ding. Ja, es sei denn, wenn ich jetzt einen Kollegen hab, den guck ich dann auch zu beim Zocken, weil ich kann mich da dann noch ein bisschen unterhalten nebenbei. Aber ich weiß nicht, warum ich da dann immer trotzdem noch so viele Leute dabei habe. Sympathiepunkte, Dicker, Sympathiepunkte. Aber ganz kurz, das kommt immer wieder bei dir raus, ich bin ja IRL-Streamer. Ja, ja. Sagt da gerne, der Airline, schieben wir mal zur Seite. Ich sag nur zwei Stichpunkte, einmal Minecraft und der zweite Stichpunkt ist Poledance-Stange in einem Wort geschrieben. Ja gut, Poledance ist ja auch IRL, ist ja in real life. Man macht ja Sport, ist ja Sport. Das umfasst jetzt dein Leben, also Hauptcontent, Poledance-Stange. Die Poledance-Stange, genau. Und Minecraft. Genau, jetzt sind wir auch wieder kurz abgeschweift, aber nochmal. Aber warte ganz kurz, aber Minecraft, ey, ohne Scheiß, ich hab grad geil. Du sitzt dann zu Hause und ich mach mir immer Gedanken, was machst du jetzt draußen für Content, was machst du da, ne? Und dann sitzt du ja am PC, zockst dabei und die Leute sind dabei und haben Spaß. Und letztens, letztens, ohne Scheiß, kam jemand rein, der hatte noch nicht gefollowed. Sag ich dir ganz ehrlich, ich hab Minecraft gespielt. Ich hab morgens früh um sechs Uhr Minecraft angefangen. Um halb sieben kam einer rein. Ich war noch nicht mal richtig wach. Hat 50 Euro gedroppt. Und dann hat der erst gefollowed. Und dann hab ich dir jetzt gesagt, Alter, was denn, da muss ich ja an meiner Poledance-Stange hier Überstunden machen. Hab ich dir noch gesagt, was für eine Poledance-Stange. Weil der kannte das gar nicht, ne? Dann hat der nochmal einen Fuffi gedroppt und nachher nochmal einen Fuffi gedroppt. Ich so, Alter, was ist das denn? Alter, einmal eben, weißt du? Und ich sitz da nur, weißt du, grad die Klüsen aufgehabt, so, weißt du, Streaming angeschaltet. Ich so, krass. Also wirklich krass. Aber schönen Gruß jetzt auch an alle jungen Leute, die es vielleicht nachträglich sich reinziehen in den Podcast. Das ist nicht jeden Tag, ne? Also, man fängt nicht an zu streamen und es kommen jeden Tag 150 Euro. Nur for the information. Und Airline macht das auch schon. Das ist korrekt. Zwei, drei Wochen, hat seine Base, hat seine Community. Genau, die feiern das ja auch alle. Das ist auch wieder was ganz anderes. Aber das lag ja jetzt auch an Corona. Corona. An Corona. An Corona lag's. Warte mal, ich hab grad ein Tinder-Match. Ah, Corona. Okay, ja. Du treffest mich starke. Das lag ja jetzt auch größtenteils an Corona. Ja, sag ich jetzt mal. Weil man weiß nicht, was man tun soll. Man hängt nur zu Hause rum. Draußen ist das schönste Wetter. Ja. Und man weiß einfach nicht, was wir machen. Es ist gerade April. Ja, schwierig. Ey, bevor wir aber abschließend zu deiner Meinung zu Corona kommen, wo wir vorhin abgeschweift sind. Was war für dich wirklich deine negativste Erfahrung in Twitch? Musst jetzt keine Namen droppen oder sonstiges, aber einfach so. Meine negativste Erfahrung war quasi, ich bin ja Mod bei dem einen oder anderen Streamer, der jetzt auch ein bisschen geisteskrankeren Content macht, sag ich jetzt mal. Da haben wir gerade eben, glaube ich, auch schon drüber gesprochen. Ja. Und da hast du natürlich auch die einen oder anderen Pappenheimer, die dich dann bedrohen. Mit Leakerei, mit Pizzabestellung, mit Swatting und so einen Scheiß. Weil wenn du da irgendjemanden rausbandst und das war dann quasi ein Fake-Account von der einen oder anderen Person, ja, wird dann direkt der Streamer bedroht. Also das finde ich schon wirklich geht dann schon zu weit. Definitiv. Also man kann ja mal Spaß haben und mal ein bisschen trollen, sage ich ja selber. Ich bin selber im Chat, bin ich ein Troll, weißt du. Also ich troll selber gerne mal rum und teste mal die Leute. Aber wie du vorhin auch gesagt hast, es gibt verschiedene Leute, die da unterschiedlich darauf reagieren. Manche können damit umgehen mit der Trollerei oder ist es auch so ein bisschen sympathisch. So, ne, ist ja auch immer so. Ich sag mal so, die Zuschauer kannst du nicht einschätzen. Man kann die Zuschauer nicht einschätzen, aber ich sehe die Zuschauer auch erstmal als, ja, wie schätzt du den einen? Du siehst die nur vom Schreiben her. Das ist ja das, was ich meine. Du musst das immer erstmal alles so, du musst das, wenn der irgendwas schreibt, erstmal sarkastisch sehen. Du musst es irgendwie als lieb gemeint sehen. Weißt du, das können so viele Personen sein, wenn die nur ein, zwei Sätze schreiben und, ne, weil du das ja nach deiner Sicht liest, was da steht. Ja, ja, voll. Deshalb versuche ich das immer so erstmal humormäßig zu umfassen. Und weil du hast auch sehr, sag mal so, viele Leute sind vielleicht einsam, die auf Twitch rumhängen. Also da kenne ich auch viele, die vielleicht depressiv sind, die dann auf Twitch so sehen, ah, guck mal, bei dem ist es vielleicht besser als bei mir und den nehme ich als Vorbild. Oder halt, dann fängt der Neid an, der Hate und was weiß ich. Das kann man so schlecht einschätzen. Du kannst die Leute echt nur vom Kopf gucken. Also, äh, in den Text gucken, sag ich jetzt einfach mal so. Du weißt nicht, wer dahinter steckt, ne? Also, ob die gut besinnt sind oder ob die vielleicht dir auf den Sack gehen wollen, ne? Dann gibt's natürlich auch die einen, die gehen dir nur auf den Sack mit, äh, immer den gleichen Kommentaren oder was weiß ich, ne? Oder ich sag mal so, wenn ich den Stream beende, wenn ich den Stream beende, hab ich, äh, sieben Instagram-Nachrichten, hab ich, äh, äh, sechs Discord-Nachrichten. Alle wollen mit mir sprechen, vor allen Dingen auf Discord, ne? Und, äh, Junge, das ist manchmal auch so schwierig, alles. Ähm, finde ich auch sehr schwierig, vor allem, ich denk mir immer so, ey, lass uns doch alles, äh, alle gemeinsam eine gute Zeit haben während dem Stream. Genau. So, weißt du? Ja, genau. Da könnt ihr in den Chat ballern, dies, das, aber dann auf allen Plattformen schreiben, das ist ja Fulltime-Job. Dann bist du auf Discord, dann bist du auf Instagram, du kannst ja auch nicht jedem ... Respekt an den Leuten, die das machen, voll, also vollberuflich, ne, die das wirklich auf ihrer Reichweite haben. Man glaubt das gar nicht, wie anstrengend das alles sein kann und warum manche dann denken, okay, der streamt grad, aber warum bombardier ich dem jetzt noch 78 Nachrichten auf Insta oder 75 auf Discord, so? Vor allen Dingen, du brauchst ja diese ganzen Plattformen auch, ne, um präsent zu sein, ne? Für, für Storys und, und das macht man ja auch gerne, ne, und da musst du natürlich ja noch wissen, wen nimmst du da an, ne, und, also, welche Nachrichten nimmst du da an? Das, ich hab da immer, bei mir klickt, ist immer erstmal Gefahr im Kopf. Voll. Was hat der vor, warum, warum schreibt man, ne? Die meisten sind, meint es gar nicht so, aber es gibt halt viele Chaoten da draußen und ich sag mal so, der normale Twitch-Zuschauer, sorry, der weiß einfach nicht so, die Leute einzuschätzen. Ja, also, der normale User, der erkennt nicht so, äh, was da noch so alles passiert und ich sag mal so, das ist, ja, du kannst, wie gesagt, du kannst die nur einfach lesen und du weißt aber nicht, ob das vielleicht irgendwie, ob der eine psychische Störung hat oder sonst was und die einfach nur damit auf den Sack gehen will oder sowas, ich weiß es nicht. Also, aber irgendwie hätte ich mal Bock, wenn wir jetzt bei dem Thema sind, auch mal einen Podcast zu machen, anonym natürlich, mit einem richtigen Hardcore-Troll, Digga. Das ist auch cool, bestimmt. Einfach, dass er mal erzählt, aus was für der Intention man sowas macht. Weißt du, also, ich versuche ja immer, da hatten wir es auch schon, glaube ich, voll oft drüber, dieses nachzuvollziehen, dass du deine komplette Energie, dein komplettes Leben da reinhängst, jemanden abzufacken oder eben irgendwas Negatives zu bringen. Ja gut, so einer bin ich ja jetzt nicht. Nee, 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 aber ich meine, gibt's ja genug, gibt's ja genug, so, ne? Du kennst es selber, wenn bei dir ein Stream-Match reinkommt und immer nur irgendwie stänkern. Ja. Weißt du, also, ich weiß nicht, ich sag ja, die Leute sind vielleicht unzufrieden und gehen dann ein anderes Thema damit auf den Sack oder so. Man weiß es nicht. Ich bin selber manchmal treu und versuche dann den so ein bisschen zu triggern, die Leute, aber dann halt, ne, auf eine lustige Art und Weise, aber dann, ich wurde auch schon mal gebannt, hier und da, weil ich dann mal so einen Spruch gedrückt hab, ne? Aber wer mich kennt, weiß, dass ich das eigentlich gar nicht so meine. Also, also an alle Hardcore-Trolle, ich hätte echt Interesse, mit irgendjemandem da einen Podcast zu machen, ohne Scheiß, einfach mal drüber zu quatschen. Ja, ja, wieso nicht? Voll, hätte ich mies Bock. Klar, warum nicht? Genau, also, auf jeden Fall geil. Da sind wir ja gerade dabei gewesen. Ich muss mir auf jeden Fall auch reinziehen. Ja, überkrass, überkrass, auf einmal jemand, der immer überall drin hängt. Nee, einfach auch, ey, du investierst ja, investieren, ja, echt sehr viel Zeit ihres Lebens in die ganze Sache, eigentlich für negative, um negative, negative Vibes zu verbreiten, so. Das kommt noch dazu, also, das ist ja genauso wie bei dem, bei dem einen, wo ich auch Mod bin, da ist einer, der hängt sein ganzes Leben da rein und der, äh, versucht alles zu manipulieren und dies und das und ich sag jetzt keine Namen oder so, aber es ist schon wirklich, äh. Aber das ist, real life ist halt irgendwas, läuft unrund wahrscheinlich, irgendwas muss ja auch. Unzufriedenheit. Ja, genau, Frust, Neid, Unzufriedenheit. Wenn dann, wenn dann der Streamer so und so viele Zuschauer hat und der sieht, dass man davon leben kann und jo, bei diesem Menschen läuft sie auch relativ gut oder lief relativ gut. Umso bekannter du wirst, also ich merk's selber, umso mehr kommen die Leute lutschen. Normal, normal, ne? Also, das ist, ich kann's wirklich verstehen, dass Filmstars nur mit Filmstars zusammen sind, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, haben wir's auch schon mal drüber, ja, original. Ich hab, ich hab das nie so, so gesehen, warum sind die immer mit sich selbst, weil die wissen, wie der Hase läuft, wie der Hase langläuft, wo der Borschi Locken hat. Ja. Gleichgesinnte, ne, ich versteh das, weil, weil, weil du kannst, ich könnte jetzt keiner, wenn ich jetzt eine kennenlerne, ähm, ich könnte der jetzt nie erzählen, so, hey, du musst aufpassen hier, du musst gucken, was du sagst, die denkt ja auch, was hast du denn für ein Problem? Ja. Ja, ja, ja. Weil, weil die gar nicht in dieser Materie drin ist, ne, weil, weil das Internet kann schon richtig hart sein. Original, ja. Ne, wenn man, wenn man da jetzt nicht irgendwie mal mit drin ist im Geschehen, ne, oder wenn man sich da keine Gedanken drüber gemacht hat, oder wenn man, ich sag jetzt auch mal Drachenlord, wenn man das nicht mal verfolgt hat, ne, also das ist ja auch so ein krasses Beispiel, wie das Ganze dann, äh, enden kann, sag ich mal so, ne, wenn man immer weitermacht und immer mehr, äh, Öl oder Benzin ins Feuer gießt, ja, und am Ende sind immer, ist eigentlich immer der Zuschauer der Gewinner, weil, ne, diese ganze Leakerei und auf den Sack Geherei, damit, also ich kann mir gut vorstellen, dass das einige, äh, damit dann zu kämpfen haben, ne, wenn die jetzt nicht psychisch gerade stark sind und dann angefangen werden zu beleidigen, äh, wenn die dann angefangen werden, äh, beleidigt zu werden, weißt du, im Chat, ne, also der Streamer jetzt selber. Ja, Mobbing halt extrem, ne? Mobbing, genau. Cybermobbing, ne? Ja, genau, ich hoffe, den Begriff habe ich gerade gesucht, Cybermobbing, genau. Ist ja im Endeffekt auch manchmal noch, noch, äh, härter, weil du weißt nicht, wer dahinter ist, so, das ist wahnsinnig. Ja, du liest das ja immer anders, als das wir schreiben, oder, ne, du könntest auch nur so ein FS-Spruch, wo man vielleicht so in der Stadt sagt, so, wo, 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 wie wir uns dann begrüßen, könntest du dann als, äh, Angriff sehen, so, weißt du, dann fängst du an, da zu löschen und dann wird's immer schlimmer, ne? Ja, Luke, ich weiß auch nicht, Twitch hat auch immer so ein Problem, die Sachen da raus zu blockieren. Ich weiß nicht, warum das so einfach ist, da neue Accounts zu erstellen und, keine Ahnung, was da, ne, Follower-Bots hat man da, hab ich auch schon gehabt, über 1200, die hab ich alle mal gelöscht, nach und nach, und, äh, Zuschauer-Bots, ich weiß nicht, also, Twitch ist ja eigentlich so eine große Plattform, ein Milliarden-Unternehmen, wenn du jetzt siehst, was sie an Kohle machen, nur an Affiliates, ne, also, Affiliates sind so Leute wie ich, die jetzt kein Partner sind, aber halt, äh, damit ein bisschen Geld verdienen, dann hast du halt nur diese fünf Emote-Slots frei und, ne, da sind die dann in die Hände gewonnen, bekommst dann quasi immer nur die Hälfte, ne, also bei einer, bei einem Sub von fünf Euro bekommst du quasi zwei Euro fünfzig und, äh, kommst, da kommen natürlich auch noch Einkommenssteuer drauf und, ne, also, das darf man ja nicht vergessen, ne, und, äh, der Rest geht ja dann erstmal an Twitch, ne? Nur nochmal kurz zur Erklärung, falls jemand die Sache hier hört, der keinen Plan hat, was Follower-Bots sind, im Endeffekt man streamt und es kommt im Sekundentakt neue Follower rein, äh, zum ersten Mal freut man sich, wow, man hat ein Raid bekommen oder ein Host, dem ist dann aber nicht so, weil dann irgendwelche Fantasienamen reinfollowen und, äh, du dann auf einmal paar tausend Follower mehr hast, das aber eigentlich gar nichts bringt, weil es einfach, äh, ja. Sieht halt kacke aus für einen Kanal, ne, wenn du dann da mit, mit, äh, 50 Leuten, äh, im Chat bist und du dann 30.000 Follower hast, also ich hab auch schon einen, äh, äh, gehabt, also erlebt, der hat, äh, gerade zwei Wochen gestreamt und hatte dann schon 32.000 Follower, ne, das, 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 damit ärgern die dann halt die Streamer, ne, also dann hast du die ganze Zeit diesen Alert, der da reinkommt, ja, allerdings hat der gefollowt oder je nachdem, man kann ja das alles, äh, per Benachrichtigung im Stream, äh, einblenden lassen und, ja, damit triggerst du dann halt dann den Streamer, ne, da denkst du auch erst mal, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, geil, ne, wow, cool, Follower, noch einer, ja, und dann denkst du ja irgendwann, was ist denn hier los, so, weißt du, das hört dann gar nicht mehr auf. Meinst du, Twitch erkennt das auch und, äh, die machen das deswegen, damit die versuchen, den, äh, Account irgendwie zu... Ne, glaub ich nicht, das glaub ich nicht. Also die wollen einfach nur ärgern, weil die Alerts halt durchspimmeln, meinst du? Ja, denk ich mal. Auch so ist halt so eine Art Trollerei, ne, also wo wir dann eben von Trollen gesprochen haben. Na, eben war zum Beispiel einer im Stream, einem Kollegen, äh, der sagte, ey, jo, der hat erstmal so irgendwas, äh, mit N gedroppt, ne, also dieses böse N-Wort. Okay. Ne, also, und, äh, dann hat der nachgeschrieben, ich schenke dir jetzt 150 Follower und dann ging's bei dem ab, aber zum Glück nur 150, ne. Okay. Gerade eben noch gehabt, vor, vor, bevor wir den Stream gestartet haben, also hier den, den Podcast. Also wir brauchen tatsächlich einen, äh, einen, äh, Troll-Podcast, einfach, um mal hinter diese Kulissen zu blicken, ohne Witz. Wenn die Menschen die Energie und diese Leidenschaft in irgendwas investieren würden, in der Freizeit, ja, ja, ja. Oder selbst streamen oder Job oder irgendwas, ey, da wird der Rubel rollen. Ich sag mal so, da wird der Rubel rollen. Richtig. Die, äh, ja, die setzt halt zu viel Energie in fremde Leute rein. Aber es ist das ja, was ich meine, ne, die sind dann halt unzufrieden und sehen, ah, cool, der hat da ein recht fettes Zimmer oder was weiß ich bei dem läuft. Oder dann fängt der Neid an, dann fängt der Hate an, ne. Und die einen feiern das, was du machst und wie du das machst. Und da gibt's auch sehr viel. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich hab auch sehr viele coole Leute kennengelernt. Original, original. Also auch durch Twitch. Also sehr viele korrekte Leute, die, die wirklich einfach nur so sind, wie die sind. Und die sind auch immer da. Und das sind ganz coole Jungs und Mädels, ne. Also ganz ehrlich. Aber naja, dann gibt's halt die andere Seite, ne. Die Schattenseite. Also ich sag immer, ja, wenn du, wenn du so und so viele Zuschauer im Chat hast, 10% sind dir bestimmt nicht gut gesund, so. Ja, aber. Also die warten immer auf einen Fehler oder sonst was, ne. Oder. Aber wie du sagst, und da kann man ja einfach das, das ganze Negative, äh, beiseite keuern. Und die korrekt Menschen, die man kennenlernt, ist ja auch schon wieder geil so. Also ich hab auch, die paar Hände voll, die man kennengelernt hat, wirklich korrekte Leute. Ähm. Ich hab dich kennengelernt, du warst bei mir im Stream drin. Dann hab ich dann irgendwann gesehen, dass du auch gestreamt hast. Dann sag ich, gehst du mal rein? Sag ich mir, der ist ja geil, mit seinem Akzent. Da fang ich eh an. Fang das eigentlich an, ist so geil. Ja, der Lache über so, ja. Und dann ging das eigentlich, ne, so. Erlein, haben wir, haben wir Dialekt geschwätzt oder was, Erlein? Haben wir Dialekt geschwätzt oder was? Ja, können wir gerne machen. Mit dem Cashen, du, ja, mit dem Cashen. Ich kenn dich schon so lange, ich glaub, das versteh ich schon. Bei Erlein ist immer Untertitel, wenn wir anfangen mit Dialekt. Ja, aber da wird man ja irgendwann auch sensibler, ne. Man kann da schon irgendwann rausselektieren, was die Menschen wollen, ob das, ob man auf dem gleichen Level ist, auf dem gleichen Vibe und so. Und ich kann auch dann den Leuten auch immer, ich helfe ja auch vielen Leuten. Ne, das wird mir wahrscheinlich auch groß angerechnet, auch in anderen Streams. Ich werd hier auch manchmal als Ehremann betitelt von was weiß ich welchen Leuten, so, weil ich dir mal geholfen hab. Ich bin immer einer, ich gebe, weißt du? Ja. Und ich weiß ganz genau, Karma. Original. Weißt du? Und ohne Scheiß, es kommt immer mehr zurück, als du gibst. Und ich gebe schon viel, weißt du? Und das ist auch das Geheimnis von Twitch. Nicht einfach nur auf Zuschauer, ja, ja, ey, komm doch mal bei mir vorbei, auch schon erlebt, ne. Geht dann gleich mal bei mir vorbei, ich guck grad auch in Stream und hier und da. Ne, das funktioniert so nicht. Ne, das ist, ich sag ja, da stecken überall Menschen hinter, als Streamer und Zuschauer. Ne, und ja. Ist wahrscheinlich dann auch das Geheimrezept von Twitch. Oh, genau. Aber es ist auch... Auch präsent sein, auch bei kleineren Streamern mal, ne. Nicht immer nur Hallo reinschreiben, damit man weiß, ah, man war da, ne. Machen ja auch viele. Die haben dann ein Partner, Partnerzeichen im Hintern, also hinterm Namen. Und schreiben nur mal kurz Hallo rein, die siehst du nachher nie wieder. Hauptsache, alle sind durchgedreht. Knossi war auch schon bei mir drin. Ne, ich war, glaub ich, der ruhigste da im Stream. Ich sag, beruhig dich doch mal, lass dir doch mal chillen bei mir, so, weißt du? Alle da mal ausflippen, so, weißt du? Klar. Cooler Typ, so, weißt du? Also, der hat viel erreicht, ne. Aber haben sie auch gesagt, ey, bleib da mal ruhig, ey. Das sind alles ganz normale Menschen, ne, die vielleicht auch mal gucken wollen, was geht da ab und ohne, ich sag mal, belästigt zu werden, weil ich will nicht wissen, was bei dem Postfach los ist, weißt du? Original. Auf allen Plattformen. Auf allen Plattformen, genau. Aber im Endeffekt ist es ja auch wie im Real Life so, ne? Einfach ehrlich sein, so sein, wie man ist, kein Fake-Film, dies, das. So ist es im Endeffekt ja auch bei Twitch. Einfach, genau, straight. Ich bin zwar immer, ich bin zwar immer der liebe Mensch, ne, aber mir darf man auch nicht auf die Füße treten, weißt du, dann, also, mir kann man auch auf die Füße treten und dann ist es auch vorbei, dann lasse ich den richtigen Arsch aus mir raussingen. Aber ist auch wichtig, das ist ja auch wichtig, dass man, also, wenn man mir gut besonnen ist oder so, dann bin ich auch gut zu dem und gib auch alles, ne, und nehm dich nur, sondern versuche auch irgendwie meine, meine Erfahrungen zu teilen oder was weiß ich, ne, also, was man vielleicht besser machen kann. Aber ist ja auch wichtig, im Endeffekt, viele sehen ja auch Nettigkeit, sagt man Nettigkeit, sagt man Nettigkeit, als Schwäche so, ne? So, deswegen ist es auch wichtig, mal Zähne zu zeigen, ab und zu so. Ja, 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 da kenne ich auch viele, die sind auch sehr groß geworden in kurzer Zeit und dann siehst du dann die anderen Streamer, ja, waite mich doch mal hier und blablabla, die den dann richtig ausfringen, so, weißt du, und dann tut der mir richtig leid, weil das ein herzensguter Mensch ist eigentlich, weißt du, so, so, eigentlich, der gibt auch immer, aber der wird, ne, die nehmen nur, weißt du, und das ist dann auch wieder traurig, so, hab ich den auch, dann, dann fühle ich mich dazu in der Verantwortung, ey, pass auf und, ne, lass dich nicht so ausbeuten, so, ne, und, es ist manchmal halt schwierig. Das ist wie in der YouTube-Szene, ne, da hängen dann die, alle Leute hängen zusammen, die YouTube machen, aber die können sich wahrscheinlich alle gar nicht ab, ne, aber, ne, alle hier Schwanz am Sacken. Original. Weißt du, und ich weiß nicht, ob das, ob das so gut ist. Ich glaube halt, für mich, mein Motto ist Ehrlichkeit wert am längsten, so, weißt du, was ich meine? Das ist auch so, ja. So, das kann alles durch irgendeine Moves, kann das alles beschleunigt werden, aber muss man alles mit sich selbst ausmachen, ne, ist ja auch nicht jeder gleich so. So, manche lieben vielleicht das Sacken, ich brauch's nicht. Manche lieben auch vielleicht die Polenstange. Ich muss mit der leben, so hab ich mich da abgefunden. Aber war ja auch ein, im Endeffekt war es ja auch ein lustiger, geiler Prozess, wie du jetzt auf einmal zu Hause eine Polenstange hast. Es gibt schon mehrere Leute, die mir gesagt haben, die hoffen, dass du mal streamst und angenommen, es klingelt und die Handwerker sind am Start. Ja, aber wie erklärt denn diese Stange? Ja, ist eigentlich für Satellitenanlage gedacht, aber ich dachte, die ist für die Satellitenanlage, für die Bude, ja, fürs Zimmer. Gab's auch schon übrigens. Ich wollte nur mal testen. Haben wir auch schon auf Amazon in den Bewertungen gelesen, als wir diesen legendären Abend hatten, wo Airline die Stange in der Wüste schließt. Ja, da war wirklich einer, der hat sich eine Polenstange gekauft, um die auf dem Balkon als Satellitenschlüsselbefestigung zu benutzen. Weil die für nichts anderes zu gebrauchen war. Es gibt nichts. Meine Frau, 50 Kilo, hat das durchgebrochen. Das ist schon krank, ey. Original. Kurz abschließend, um nochmal auf das Thema zu kommen. Da sind wir vorhin reingekratcht. Wie siehst du die aktuelle Lage Twitch-Corona-Krise? Findest du es positiv, dass so viele Leute online sind oder findest du es eher störend? Ja, für mich so als Mitte-Ding ist es natürlich schwierig. Also ich stream zum Beispiel jetzt gar nicht mehr nachmittags. Also ich streame, also momentan habe ich halt die Zeit und kann halt auch mal nachts streamen oder morgens früh. Und dann ist es natürlich wieder geil, weil dann hast du deine Ruhe. Aber jetzt zur Primetime, jetzt gerade in diesem Moment, wir haben jetzt Sonntag, haben wir, wir haben Sonntag 19.37 Uhr, morgen ist Ostermontag. Und das kannst du vergessen. Jetzt kannst du nicht reingehen, weil jetzt, wie gesagt, jetzt streamen wir so viele. Weil ich bin ja Just-Shatter, also ich stream ja immer nur im Just-Chatting. Und da hast du manchmal 230 Streamer online. Und wenn du dann irgendwie nur so ein Mittelding bist, da hast du es schwierig. Du hast halt deine Stammis dabei, deine Stammleute, die auch gucken, wenn du da bist. Aber da hast du dann auch so viele neue Gesichter und auch neue Talente zwischendurch mal auch. Ist natürlich geil, bringt natürlich wieder ein bisschen Schwung so in die Bude, wieder ein paar neue Gesichter. Aber ja, momentan ist es halt die Langeweile am Start und jeder möchte streamen. Außer man ist halt ein mittelgroßer Streamer mit einer Poledance-Stange. Dann ist es natürlich, egal welche Uhrzeit, man geht dann rein in die Olga. Man geht rein. Nein, also das war auch so krank. Da muss ich nochmal kurz eine Geschichte erzählen. Da habe ich gerade ein Fünfer-Donnellchen bekommen, also 5 Euro bekommen. Und war mich gerade am Vorbereiten und dann kam ein Raid rein von über 350 Leuten. Und ich sehe, jetzt sei da genau richtig hier, weil jetzt muss ich hier abgehen. Und die haben mich alle gebumst. Also die haben natürlich alle Fünfer gespendiert und sowas. Aber du weißt nicht, wie todig danach war. Weil ihr müsst wissen, ich bin unsportlich S-Fuck. Ich habe eine Plauze. Also ich bin jetzt nicht der Dickste, aber ich habe halt so ein Ballermann-Pläuzchen, sage ich mal so. Und unsportlich. Also mein Sport ist eigentlich Schlafen. Kenn ich, kenn ich. Also ich könnte viel schlafen. Und alter ey, mir sind die Arme abgefallen an dem Tag. Also ohne Scheiß. Am nächsten Tag habe ich auch nicht gestreamt, weil ich einfach so fertig war. Muskelkarte, der Lüge. Muskelkarte des Todes. Sogar im Bauch, unter dem Bauch. Also ich hatte Muskelkarte am Bauch. In den Beinen. Also ich habe, ich sage ja, Respekt an die Mädels, die da wirklich da, die da kerzengerade senkrecht an der Stange tanzen können und sowas. Also Respekt. Wirst du die Moves noch ausfallen so? Oder? Ich werde auch manchmal mutiger so. Also ich werde auch manchmal so ein bisschen mutiger. Aber dann denke ich mir manchmal auch so, ach so ein Bällebad wäre auch noch nicht so schlecht. Für Underpole der Stange, damit man, falls man mal irgendwie blöd landet, in die Bälle landet. Oder so Noppenschaumstoff, den Boden mit Schaumstoff auslegen. Irgendwie sowas. Ja, ja, irgendwie sowas, dass man da, oder so Sportmatten oder so, weißt du. Falls man mal irgendwie mal was versucht. Naja, kann man ja, können wir ja mal wieder einen Abend starten und dann die Wishlist nochmal vollpacken. Die Wishlist voll machen. Kannst du am Arsch lecken, ey. Aber guck mal, das ist das ja. Jetzt habe ich die Polenstange und jetzt bin ich wieder da dran. So, weißt du, neue Lichter dafür. Ja, ich habe gestern schon gesehen. Ich habe schon gesehen. Ich habe gedacht. Man versucht es dann so nochmal ein bisschen nochmal auszufallen, dass es nochmal so ein bisschen geiler aussieht. Weil ich bin jetzt nicht der Tänzer, wie gesagt. Das muss man auch dazu sagen, das haben wir noch gar nicht angesprochen. Man fängt an mit Twitch. Man denkt, ja, okay, da kaufe ich mir ein gutes Mic und das war's. Und eine Cam, es hört nicht auf. Es hört nicht auf mit Equipment. Aber das ist jetzt, wenn du zu Hause bist, ist es ja nochmal okay. Aber wenn du draußen bist, dieses Draußen-Streaming ist ein ganz anderes Level. Und das sind Kosten. Finanziell Wahnsinn. Also ich habe mir vorgestellt, so Outdoor-Steamer zu machen. Aber ich butter immer nur rein, rein, rein. Also ich habe leider noch nicht diese Größe, dass sich das so rentiert, weißt du. Ja. Und im Prinzip, egal was du draußen machst, fängt ja schon bei der Reise an. Du fährst da hin, du fährst zurück. Du streamst ja dann da acht Stunden. Das heißt, du machst ja dann auch danach nichts mehr da. Weißt du, du gehst ja dann nicht mehr da irgendwo noch hin oder so nach streamen. Oder vielleicht isst du da noch was oder so. Aber danach bist du kaputt. Du weißt selber, du hast drei Stunden gestreamt in Bangkok oder wo das da war. Und du warst ja auch schon Kopfgefickt. Ich war da durch. Du bist einfach nur K.O. Wenn du dann acht Stunden streamst und jeder will was von dir. Ja, mach doch mal da. Geh doch mal da nach Köln. Da, hier, da. Und hinten, Rheinbeißer. Rheinseilbahn. Rheinbeißer? Okay. Rheinbeißer. Ich frage nicht nach. Ich frage nicht nach. Da gehst du ja mal noch ins Schokomuseum. Und hier. Ja, Leute. Ich mach alles. Nur nicht heute. Weil das ist natürlich dann immer so eine Sache. Das schlaucht. Das schlaucht. Das schlaucht. Brutal. Und wenn man das nicht selbst mal gemacht hat. Man kann sich da nicht reinversetzen. Dieses auf den Chat konzentrieren. Mit den Leuten reden. Draußen konzentrieren. Ist einfach Wahnsinn. Bei mir ist das ja so. Ich mach das Ganze ja nur mit einer SIM-Karte. Und mein Ziel ist natürlich, diese Box zu kaufen. Also diese Box, die mehrere SIM-Karten zu einer Verbindung macht. Gibt's da nur eine? Wie hieß die nochmal? Es gibt mehrere. Okay. Von Liveview gibt es die. Also Liveview. Das ist so quasi das, was die Streamer gerade so nehmen. Also das ist so das Übliche. Die Box kostet 1000 Euro. Aber das ist noch nicht alles. Ah, okay. Die Box kostet 1000 Euro. Dann hast du ja noch deine ganzen. Ich hab jetzt hier einen Telekom-Vertrag. Das ist ein Unlimited drin. Also das heißt, ich kann hier ins Internet gehen, wann ich möchte. Mit mobil im Internet. Dann brauchst du ja aber noch mehrere SIM-Karten. Dann brauchst du ja vielleicht noch die O2. Dann brauchst du vielleicht noch Vodafone. Also am besten Prepaid oder so. Das musst du ja dann auch wieder aufladen. Dass du auch dann damit ins Internet kannst. Dann brauchst du dann noch die Server dafür. Dass das dir aus diesen ganzen Netzen eine Verbindung macht. Also du kommst da locker auf 1800 Euro. Und dann kommen ja noch diese jährlichen Kosten dazu. Von der Cloud. Und das ist ein Hobby. Ich sag mal so. Die einen tunen ihr Auto. Das ist immer so mein Satz. Viele fragen mich auch mal, was hast du an Stromkosten, wenn die hier mein Zimmer sehen? Und so sag ich ja. Ja, der eine tunte halt halt sein Auto. Der braucht halt Alufelgen dafür. Der eine will sein Auto verlieren. Der eine hat halt lieber seine Kinder, seine Familie, sage ich jetzt dazu. Ich bin ja auch Single, weißt du? Ja. Der eine setzt halt lieber Kinder in die Wellen. Ja, und ich hab halt das. Dieses Stream. Jeder hat ja irgendwie sein Hobby. Und der eine macht halt Musik. Dann will er sich einen CD-Player holen für 2000 Euro. Und ich hab halt das. Schwierig wird's, wenn ihr Auto tunet und streamt. Dann wird's finanziell auf jeden Fall. Das ist auf jeden Fall teuer, ja. Kritisch. Weil du kannst zwar mit einer SIM-Karte streamen, das funktioniert ja auch. Aber zwei oder drei ist natürlich besser. Weil wenn du dann irgendwo in einen Laden reingehst, ein klassisches Beispiel, zum Beispiel waren wir in Mönchengladbach unterwegs. Das war so zur Karnevalszeit. Dann bin ich in so einen Karnevalsladen reingegangen, hab die Kamera runtergemacht. Man darf ja nicht einfach drin filmen. Und so, weißt du, Privatsphäre ist ja immer noch ein privates Geschäft. Da hab ich die Kamera runtergemacht. Da hab ich gesagt, ja, junge Frau. Ich hab hier gerade 140 Leute im Stream. Das waren wirklich 140 Leute. Und wir wollten mal so gucken, was es so für Karnevalssachen gibt. Weil ich ja unbedingt nach Köln wollte zum Karneval. Und gesagt, ja, kein Problem, kommen Sie rein. Ist ja cool, ist ja auch Werbung. Ist ja geil. Ey, da freust du dich. Du kommst irgendwo in einem Laden rein. Du hast die Genehmigung, da zu drehen. Mit einem Livestream. Das fand ich schon richtig geil. Und die Leute, die da waren, die waren halt nur wegen diesem IRL da. Weil die kamen dann auch von diesem Tintex, von diesem Steffen. Der hat mich dann quasi geradet. Ich hatte 60 Leute drin. Und von diesen Raids sind da auch nochmal, also 140 sind insgesamt geblieben. Und die haben natürlich enjoyed. Weißt du, cool, der geht jetzt da in den Laden rein, hat voll nett gefragt und sowas. Und dann gehst du da in den Laden rein und stehst vor den ersten Regalen, war noch alles super. Ja, und dann auf einmal hörst du noch die GoPro. Weil keine Verbindung mehr. Nichts mehr. Nein. Und diese Panik hast du dann auf einmal bei Twitch. Ja, absolut. Weil du hast 90 Sekunden Zeit, um deine Verbindung wieder herzustellen. Ansonsten sind deine ganzen... Alles weg. Alles weg. Also deine Zuschauer sind zwar da, also deine normalen, aktiven Zuschauer sind zwar noch im Chat, aber die, die zum Beispiel jetzt schon längere Zeit nichts mehr geschrieben haben, das sind die Lurker, so nennt man die, die sind komplett raus aus dem Stream. Die müssen quasi diesen Play-Button drücken, damit die auch wieder in diesem Stream sind. Okay. Und das ist dann immer so ein psychischer Druck. Weißt du, du denkst, mach schnell, mach schnell. Dann sagst du jetzt zu der Frau, ja, tut mir leid, ich kann ja nicht streamen. Ich war fünf Minuten da drin, bin wieder rausgegangen, sagte ich mal in mein Internet, ja, gehen Sie doch mal da oben, da oben ist bestimmt besser. Die war so nett, ne? Ich so, nee, ich muss leider rausgehen. Ich hab draußen versucht. Dann wieder, nicht geklappt, weil da war ich mitten in einem Funkloch drin. Was? Und da hast du natürlich diesen permanenten Druck, ne, also, dass das Internet läuft, ne? Wie du vorhin auch gesagt hast, in Deutschland ist es ja einfach auch noch schwierig. Wir hatten ja auch, wir müssen jetzt nicht sagen, wo es ist, aber wir wollten ja auch in Berlin auf der Straße draußen streamen oder haben gestreamt. Und beim Essen hat die Dame dann gesagt, nee, bitte ohne streamen. Wobei wir da jetzt auch niemand gefilmt haben oder sonst was, aber es ist schwierig in Deutschland. Kann ich auch auf einer Seite verstehen, kann ich verstehen, weil ich stelle, du weißt ja, wie es ist, wenn man irgendeine Lokalität hat, ne, also beruflich, wenn man selber einen Laden führt oder sowas und da kommt jetzt einer mit einer Kamera rein und du hast gerade auch so einen miesen Tag und so. Kann ich verstehen, aber man muss einfach nett fragen. Aber ich hab ja auch nett gefragt, ne, weil der Frau, ne? Die hat einfach keinen Bock, sie hat einfach keinen Bock. Wir stellen uns auch draußen, ne, und wollten dann jetzt nicht irgendwie jetzt in den Laden setzen, muss ich ja auch dazu sagen, wir wollten uns draußen entstellen, ne? Und dann sagt er, nee, nee, oh, 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 oh. Also sagen wir mal so, wir hätten jetzt da niemanden gefilmt draußen. Einfach so, ne? Das war jetzt nicht so, man rennt da mit der Kamera und isst jeden beim Film. So, wir wollten was zu essen bestellen, uns draußen hinstellen. Aber das halt, wie du vorhin auch gesagt hast, in Deutschland und nicht so ganz easy. So, das ist in Thailand oder sonst wo anderer Modus so. Da brettern direkt wieder so viele Gedanken gerade durch den Kopf, wo man sagt so, okay, als erstes ist es ja Werbung für den Laden. Ne, also als erstes ist es ja quasi Werbung für den Laden. Die meisten, wenn du eine richtig geile Community hast, dann kannst du sagen, boah, geil, die Currywurst. Ey, hier können alle mal bewerten, ne? Dann kriegen die auf einmal 30, 40 Google-Bewertungen, ne? Aber so weit denken die nicht. Ich glaube, so weit denken die nicht. Aber auch. Jetzt kommt aber auch die Schattenseite wieder. Jetzt kommt mal wieder zu der Trollerei. Es gibt natürlich auch Leute, die versauen dir den Stream dadurch. Ne, die rufen dann auf einmal in dieser Currybude an. Ja, aber wir haben nichts gezeigt. Also, am Beispiel bei uns hatten wir ja nicht gezeigt, wo wir sind, so, ne? Ja, gut, aber da waren ja einige, ich sag mal, einige waren ja aus Berlin und die wussten ja genau, wo. Ah, okay, okay, okay. Sag mal, ist das doch nicht schlimm, so, ne? Also, meine Leute sind ja auch wirklich eigentlich sehr korrekt, also die Stammzuschauer, die da drin sind. Aber ich sag ja, da ist irgendjemand da drin, der das vielleicht gerade nicht so gut meint, der will dann seinen eigenen Stream da raus machen und ruft dann einfach mal in der Currybude an und das sieht man ja so oft bei diesen deutschen IRL-Streamern, ne, dass da irgendwie dann bei dem Skyline-TV zum Beispiel auch, der kann dich nirgendwo mehr hinsetzen. Da wird dann ständig das Telefon da, wo der gerade drin ist, ne, weil die Leute den dann sprechen wollen. Aber das, ich wollte gerade fragen, was erhoffen sich die Leute? Die Leute rufen da wirklich an, um dann mit ihm zu sprechen und dann sagen sie, yo, hi, ich bin, äh... Ich grüße nur jemanden. Ich will mal nur jemanden grüßen oder, ja. Oder sagen dann irgendwas Fieses da rein, dass das auch zum Bann führen kann. Darf man ja auch nicht vergessen. Ja, okay, okay. Ich hab zum Beispiel auch am Silvester dieses Jahr hab ich ja auch gestreamt über Silvester. Dann hab ich abends, also irgendwann um null, hab ich so random Leute hochgezogen. Ich so, kommt alle in meinem Stream. Ich hatte auch richtig Zuschauer da drin gehabt. Ich hab auch gedacht, okay, für Silvester bestimmt ruhiger Stream, jeder ist feiern oder so. Aber da hieß ja auch daran, dass viele vielleicht auch alleine sind, wollen ein bisschen Unterhaltung haben und da war eigentlich ein gut Programm so, ne. Und da hab ich dann auch random Leute hochgezogen und der Stream war wirklich geil. Also von einem, der Ahnung hatte, von PCs. Dann hatte ich da noch so einen Jüngeren drin, der einfach nur gesagt, ja, ich feier dich voll, wir feiern dich voll. So weißt du, ey, bleib mal auf dem Teppich. Mich muss keiner feiern. Ich bin ein ganz normaler Typ, so weißt du. Ihr seid meine Freunde, so weißt du. Wenn ihr mich zuschaut, dann seid ihr meine Kumpels. Ich komme jetzt nicht mit Fans oder so im Kack, weißt du. Aber, ne, das war dann, das war dann ein richtig geiler Stream, so. Und das hab ich jetzt vor kurzem nochmal gemacht und das war unmöglich. Also der eine fing dann an, da Leute im Chat zu beleidigen, den hab ich dann wieder rausgeschmissen. Der andere fing dann an, ja, ich hab jetzt grad den ganzen Leuten, die grad hier im Stream sind, Pornolinks geschickt. Der war jetzt einfach nur so, das kannst du einfach nicht mehr machen. Random. Ab einer gewissen Größe. Ich sag ja, du hast da so viele Clowns drin und so ist das ja dann auch mit den Streams, ne, die, keine Ahnung, was den dazu bewegt, so Action zu machen oder den Stream zu versauen oder so, ich weiß es nicht. Was man dazu auch noch sagen muss, du hast natürlich bei Twitch, auch wenn du deinen Stream ab 18 schaltest, du hast natürlich deine Bandbreite von Leute 13, 14 bis 30, 40, da trifft halt alles aufeinander, so, ne. Also da hast du wahrscheinlich Bis jetzt, bis jetzt. Ja, ja, erzähl. Ne, ist gut. Da hast du wahrscheinlich jemanden drin, der wenig Haare bis jetzt Haarbuchs hat, bis jemand, der schon wieder komplett grau ist, so, ne. Da trifft alles aufeinander. Da trifft alles aufeinander. Du kannst es auch nicht ausdetektieren, ne. Also ich kenne, ich kenne die einen oder anderen, da weiß ich das, ne, viele schreiben das natürlich rein, dann sag ich, ey, hör mal zu, mein Stream ist ab 18, ne, man kann es einfach nicht verhindern, ne, und da weiß ich auch nicht, warum Twitch da nichts gegen macht, zum Beispiel, dass man dann bei der Registrierung vielleicht einen Ausweis hinterlegt oder was weiß ich, oder irgendeine Bestätigung oder sowas, weil du musst ja, du darfst ja nicht vergessen, ist jetzt auch jetzt nicht böse gemeint, so über Twitch, aber so ein Knossi zum Beispiel, der Casino-Stream, finde ich jetzt, ich meine, ich finde es unterhaltsam, genauso wie Monte, ne, ich gucke das dann auch, ne, also für mich ist das halt ein Abendprogramm und feiere das, ich spiele jetzt selber keinen Automaten oder sowas, ne, also ich bin jetzt kein Slotspieler, aber ich fand das halt cool, 50 Euro die Drehung, zack, 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 ne, und du weißt, wie das ist, ne, die jungen Leute sehen einfach nur, dass sie Geld machen, ja, und dann kommen noch so Wörter wie Rente, Rente dazu und die sehen dann die Rolex an der Hand, ne, die haben natürlich schon eine Reichweite, die verdienen ein, die verdienen 50.000, wenn nicht sogar noch mehr, nur mit Twitch, weißt du, und den stört das nicht, wenn die da mal eben 10.000 drehen, sondern hast du aber dann, du kannst halt, wenn du, wenn du nicht 18 bist, mit einem Klick, ja, dieser Broadcaster hat angegeben, dass das Ding ab 18 ist, äh, bestätige, um das, ne, um 18 zu sein, du kannst es nicht, das kann ja jeder wegklicken, genau, du kannst es nicht, äh, das steuern, kontrollieren, genau, ne, ich mein, gut, jetzt hab ich Minecraft gespielt, da sind natürlich auch sehr viele junge Leute da drin, ne, also das ist ja auch wieder ein komplett anderes Publikum, als jetzt wie einer im Just Chatting oder so ist, ne, aber, äh, ich sag mal, du kannst es nicht verhindern, deshalb versuch ich ja auch immer, also ich bin zwar auch manchmal so ein bisschen assi, sag ich mal so, ich rülps auch, oder ich schimpf mal hier irgendwie oder was weiß ich, ne, aber ich versuch dann immer das auch ein bisschen zu, ich weiß das, dass die zuschauen und versuch das dann auch immer so ein bisschen so zurückzuhalten, wie manch anderer, so, weißt du, ich sag mal so, so ein Knossi, wenn so ein Knossi Fantreffen macht, du siehst um den herum nur 12-Jährige, 13-Jährige und die gucken sich diese Scheiße an, also sowas heißt Scheiße, was für uns Unterhaltung ist und die sehen halt einfach nur, äh, Slots, Geld und, äh, Reichtum, weißt du, da hast du, aber das, ich will nicht, ich will nicht wissen, wie die Generation wird, die nächste jetzt, die Generation Zero, ey, um Gottes Willen, ey. Aber da hast du wieder das, was wir gerade angesprochen hatten, du hast da, die, den 13-, 14-Jährigen und einen 30-, 40-Jährigen, so, die denken halt komplett unterschiedlich, so weißt du, was ich meine? Also jeder kommt mit dem Content anders klar, ne? Die denken unterschiedlich, aber im Prinzip, äh, hat man ja ein Hobby, weißt du, man hat ein Hobby, man teilt halt Twitch, ne, die Liebe zu Twitch. Twitch ist wirklich Liebe, also Twitch, Twitch muss man kennen, gelernt haben, und man lernt, Twitch zu lieben, so, die Leute da, egal wie die drauf sind, ob das Trolle sind oder sonst was, ne? Oder, was weiß ich, also ich helfe, ich helfe auch jedem, so, weißt du, es ist halt egal, wenn mich jemand fragt, was hast du da hier und das, dann helfe ich auch, ne? und das kann es halt einfach nicht verhindern, aber ich sag mal so, bis jetzt ist mein Twitch, äh, mein Twitch sag ich, mein Chat, ähm, wirklich human, also egal, ob jung oder alt, ob er 18 ist oder ob er 50 ist, das ist ja geil, man verbindet sich so durch eine Sache, durch die Streamerei, und ja, man, ja, ich weiß es nicht, wie soll ich das sagen, man ist halt, man lebt halt Twitch. Original. Es gibt andere Plattformen, da ist es ganz schlimm, da, äh, ja, es gibt ja sowas wie YouNow oder sowas, ne? Da streamen ja auch jüngere Leute, da streamen ältere Leute, auch eine ganz schlimme Plattform, so, was das angeht, aber das kannst du auf Twitch auf jeden Fall nicht so unbedingt behaupten, so, dass das da auch so der Fall ist. Aber du hast gerade echt, äh, super, wunderbare, abschließende Wörter geböllert, drei Stück, du hast gesagt, Twitch ist Liebe, ähm, Twitch ist Liebe, Twitch muss man lieben, ja. Original, original. Ich war auf jeden Fall, ganz kurze Sache, wenn man den Chat vergleicht zwischen YouTube und Twitch, ne, wenn du selber live streamst und du merkst, wie die Zuschauer auf YouTube, äh, agieren und auf Twitch, du, selbst, selbst ganz große YouTuber, die 20.000 Zuschauer auf YouTube haben, die gehen lieber auf Twitch mit 1.000 Zuschauern, weil das da einfach viel humaner ist und auch viel geregelter. Auch wenn Twitch manchmal seine Ecken und Kanten hat, so, mit manchen Sachen, aber Twitch ist einfach viel geiler, so. So, jetzt will ich dich nicht mehr unterbrechen. easy, für mich war das echt, für mich war das Statement echt schon in die abschließenden Worte, Twitch ist Liebe, so. Und, äh, ihr, der das nicht kennt, sollt auf jeden Fall mal bei Twitch vorbeischneiden und, ey, airline, für mich war das auch ein inneres Blumenflug, jetzt mal ohne Scheiß, ich würde sagen, das müssen wir echt mal öfters an den Start bringen mit verschiedenen Themen vielleicht auch noch. Vielleicht auch, wenn du mal, hat Spaß gemacht, so. Ich weiß nicht, wie du das jetzt fandest, aber ich war mein erstes Podcast ever, also, ich hab mich versucht auch, äh, vernünftig zu artikulieren, weil ich bin ja gerade so, nicht so der wortstarke Mensch. War alles perfekt, alles perfekt und ich hoffe, dass wir bald vielleicht mehr von deiner Poledance-Stange erfahren, Hashtag Pause und, äh, hoffe, dass wir das echt vielleicht auch mal mit anderen Themen machen, ich, mir hat's überspaß gemacht, überspaß gemacht. Ich möchte jemanden grüßen, nein, Quatsch. Okay, airline, du darfst, du hast jetzt noch Zeit, jemanden zu grüßen, dann brauchst du dich bei den großen Streamern anzurufen, wenn die irgendwo im Restaurant sitzen, du kannst es jetzt rausdroppen. Kannst du Discord kommen? Kannst du Discord kommen? Kannst du mal im Discord kommen? Ich hab drei Wörter dafür, okay. Sag mal. Twitch ist Liebe. Genau. Ich sag mal so, das war der Podcast mit airline.tv, den Link zu seinem Twitch-Kanal findet ihr in der Videobeschreibung, mir hat's auf jeden Fall wirklich super viel Spaß gemacht, Zeit ist komplett verflogen, ich dazu so, ja, 15 bis 20 Minuten, bam, boom, bang, war über eine Stunde, sehr, sehr nice. Was mich interessieren würde, schreibt doch mal bitte in die Kommentare, Themen, die ihr interessant findet, als auch Gäste, über die ihr euch freuen würdet, damit man die nächsten Podcasts alle mal durchplanen kann. Außerdem, wie immer natürlich, Daumen nach oben, würde ich mich sehr freuen, Abo auf YouTube hier. Ansonsten, bleibt gesund, und seid lieb und bis ganz bald. Ahoi.